Hallo, hier spricht Roland Welich, Eingut Moritz aus dem Burgenland und ich wurde gebeten meine Eindrücke und von meiner Begegnung mit dem Niklas Ertl zu erzählen, was ich hiermit gerne mache. Niklas kam zu mir vor einigen Jahren. Damals war er im Hotel Coburg in Wien, er ist Sommelier tätig und hat angefragt um eine Praktikumsstelle bei mir während der Ernte, dem ich natürlich sehr gerne nachgekommen bin, dem ich selber immer wieder versuche darauf hinzuweisen, wie wichtig die Sommelierie für die Weinindustrie ist. Wir hatten schon vor Jahren ein großes Symposium in Lechermadelberg veranstaltet zum Thema der Impotence of the Sommelier und das versuchen wir weiterzutragen und vor allem die Kombination aus dem, eben das Service von Wein, das Wissen um Wein und dann auch das Wissen um die Weinbereitung ist mir wichtig. Niklas hat ja gelernt, soweit ich weiß, beim Johannes King und Johannes King ist ja einer der Köche, der ganz stark Wert auf die Kombination aus Essen und Wein legt und somit hat es das Niklas schon sehr früh mitbekommen. Nicht, dass Niklas jetzt besonders alt schon wäre, aber ich habe ihn kennengelernt Anfang 20, als er doch noch ein Jahr jung, aber scheinbar eine Erfahrung sehr groß, zumindest strahlte er das aus. Ich finde, er ist einer der Sommeliers, die mit so viel Engagement, Passion und Know-how beispielhaft vorangeht. Niklas hat eine ganz große Karriere vor sich, beziehungsweise hat schon eine große Karriere in dieser Branche. Es war uns ein großes Vergnügen, ihn bei uns gehabt zu haben, eine wunderbare Ergänzung in unserem Team und wir sind seither im ständigen Austausch. Ein junger Mann in der Weinbranche, den ich nicht missen will und sehr froh darüber bin, dass wir uns kennenlernen durften. Lieber Niklas, alles Gute für deinen zukünftigen Weg. Du wirst alle Preise dieser Welt zum Thema Wein und Sommelerie noch einheimseln. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschränke unserer Zeit. Mein heutiger Gast hat noch keine 20 Anstellungen oder einen jahrhundertelangen Lebenslauf vorzuweisen. Keine 25 Sommelier des Jahres Auszeichnungen, obgleich ich nicht weiß, ob er diese nicht noch bekommen wird. Aber er hat eins, eine unfassbare Weinliebe und ein ganz großes Weinherz. Und als ich mit Roland Felix telefoniert habe, meinte er, egal was ich über Niklas Ertel erzählen werde, es wird immer gut. Und ich glaube, genau das kann man in unserem Gespräch spüren. Wie intensiv er Wein lebt und mit welcher Leidenschaft er Wein verkörpert. Aber wie sollte es auch anders sein, denn sein Weinfeuer wurde entfacht bei Bärbelring im Söhringhof. In welchem er tätig war, bevor er nach Wien ins Palais Coburg wechselte, um später wieder nach Sylt zurückzukehren. Um bei Johannes King in seinem Genussshop eine ganz eigene Weinwelt zu inszenieren, aufzubauen und diese seit einigen Jahren zu leben. Besonders beeindruckend fand ich die Geschichte, die er später erzählen wird, dass er mit 10 Jahren begeistert von einem Sommelier während eines Gardasee-Urlaubs sich sofort von seinem spärlichen Taschgeld ein Kellnermesser kaufen musste, um eigentlich genau das zu sein, was er jetzt ist. Ein Ausnahmesommelier. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen und Niklas euch alle von seiner Weinliebe begeistern kann, möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Partnern der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Schlumberger, Consejovini und dem Privatkundenportal Frema Wein Collect bedanken. Dank ihrer wirtschaftlichen und händischen Unterstützung ist es möglich, dieses Projekt zu realisieren. Vielen lieben Dank dafür. Und jetzt freue ich mich ganz besonders. Und diese Begeisterung werdet ihr 90 Minuten später mit mir teilen. Auf den großartigen, weinverliebten Niklas Ertel. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Ja, erinnere ich mich sehr, sehr gut dran. Das war auf einer Reise ins Burgund. Und ich glaube, es war 2022, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es war 2022. Ja, genau, stimmt, weil wir haben die 21er probiert auch. Ich glaube, wir haben da 80% Konkur probiert, oder? Es war echt ein Geschenk. Es hat mich auch so weitergebracht. Ja, also es war wirklich grandios. Und für mich war halt einfach der Punkt, ich hatte davor eigentlich mehr oder zweimal geplant, ins Burgund zu fahren. Und Covid hat da immer einen Strich durchgemacht gehabt. Ja, ja, und deswegen war es dann da umso erfreulicher, dass ich dann damit eingeladen wurde zu der Reise. Cool. Warst du dein erstes Mal im Burgund? War somit auch mein erstes Mal im Burgund, genau. Wie hast du es empfunden? Ja, sehr, sehr spannend eigentlich. Man muss dazu sagen, wir waren, glaube ich, im Herbst waren wir da, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Frühherbst, ja. Frühherbst, genau. Und es war eigentlich vom Wetter eher schlecht. Und dadurch war das ganze Burgund so eher ein bisschen grau, fand ich. Und man ist dann doch schon verwundert, wenn man so wie ich als sehr junger Mensch die ganzen großen Weine so auf den Karten hat oder auch trinkt oder einmal im Glas hat und auch den Preis dahinter irgendwo sieht. Und dann ins Burgund kommt und eigentlich sieht, dass es doch eine sehr, sehr bäuerliche Region ist. Das fand ich so krass, als ich das erste Mal vor, keine Ahnung, 25 Jahren da war. Da war ich auch neugierig, habe mich in ein Auto gesetzt und bin dann für drei Tage runtergefahren, um einfach auch mal an den Lagen zu stehen und das zu sehen, wie man das, also ob man das fühlen kann, ob man den Wein damit verstehen kann. Und dann kam ich da an, ich glaube, mein erstes Dorf, was ich gesehen hatte, war entweder Wollnay oder Pomar. Und ich stand dann da auf dem Dorfplatz und denke, echt, das ist es? Ja, das ist schon krass, gell? Dann liest du es irgendwie durch. Ich hatte damals den, es gab so eine Special Edition von Parker mit Lagenkarten und so weiter und dann eben auch den Beschreibungen der einzelnen Dörfer. Und dann siehst du, okay, 130 Einwohner, naja klar, das ist ein Dorf. Und damals waren die Preise ja noch nicht so crazy und abgehoben, wie es jetzt im Augenblick ist, aber… Ja, ja, klar, du kommst natürlich aus einer anderen Zeit irgendwo her, ne? Ja. Und man fragt sich eigentlich so ein bisschen fast, wo geht das ganze Geld hin, ne? Das ist schon krass. Na, es ist ja für die Winzer größtenteils auch nicht so nice, dass die Weine dermaßen überteuert werden, dass die Lagen so krass teuer sind. Und das ist, allein wenn du Lafond zum Beispiel nimmst, der war ja mehr oder weniger 1999 genötigt, ins Macron zu gehen, weil er sich keine Lagen im Burgund, in der Cote d'Or leisten konnte. Und dann natürlich noch die ganz krasse Situation dort mit dem Erbrecht. Also sprich, als Winzer, wenn du da irgendwie zwei Kinder hast… Ja, musst du es aufteilen, gell? Das ist auch verrückt. Und dann die Erbschaftssteuer, also die verschulden sich dadurch, dass der Vater stirbt oder die Mutter stirbt oder wie auch immer, weil die halt die Erbschaftssteuer auf den gesetzten Wert abführen müssen. Und dann bist du mit einmal, obwohl du was bekommen hast, mit einem riesen Schuldenberg beglückt, sozusagen. Also das fand ich… Ja, du schau, das ist fast ein bisschen wie auf Sylt eigentlich, gell, wenn du ein Haus erbst, was dann einen mehrstelligen oder, ja, Millionenbetrag hat, ne? Ja. Und hast einen Geschwisterteil, das kannst du fast gar nicht aufteilen dann, gell? Ja. Ja. Seit wann bist du auf Sylt? Ja, ich bin eigentlich das zweite Mal auf Sylt, wenn man so möchte. Ich bin nach der Ausbildung in den Söhringhof gegangen, zu Bärbelring. Das war 2017 bis 2019. Und danach bin ich dann eigentlich nach Wien gegangen. Da war so ein bisschen die Idee, ich durfte ja bei der Bärbel schon Kombisommelier machen. Und die hat mir auch ganz früh relativ viel Verantwortung schon so übertragen, was halt für mich super war zum Lernen. Und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Das kann sie gut, ne? Sie kann wunderbar abgeben. Und ich finde das so begeisternd, wie sie immer von ihren Jungs gesprochen hat oder immer noch spricht. Also dass sie gar nicht so diesen, obwohl sie natürlich irgendwie ein Leuchtturm in diesem Söhringhof ist und immer als die Sommiere heranzitiert wird, kann sie trotzdem andere in den Fokus ziehen, kann einfach auch ganz klar definieren, dass andere einen Teil der Arbeit machen oder die Arbeit machen oder wie auch immer. Und wenige können so abgeben, können auch ihre Personen so abgeben. Also da große Achtung. Ja, das ist wirklich, ja. Und sie ist einfach auch ein Mensch, der dann sagt, ja mach einfach oder mach mal so ungefähr. Und wenn du natürlich machen musst oder machen darfst, dann fühlst du dich ja auch ganz anders gefördert, anders wahrgenommen und hast natürlich eine ganz andere Motivation, ne? Wie wenn du jemanden vor dir hast, der dich gar nichts machen lässt oder wo du gar nichts machen darfst. Ja. Genau. Ja, fördern, fördern. Das kann sie ganz, ganz gut. Und das finde ich bei ihr total begeisternd. Aber ich finde, der Gegenparten muss es auch annehmen. Also der muss dann auch die Gier haben, die Wissensgier oder die Neugierde, muss sich darauf und auf diese Weinwelt einlassen. Und das war, deswegen war die Anfangsfrage für mich so signifikant oder so prägnant, als ich dich im Buch und kennengelernt habe. Also wie du wahrscheinlich heute noch, aber damals durchaus auch richtig gebrannt hast. Und vor allen Dingen, welches Wissen du auch schon hattest, welche Weingüter du kanntest. Und erinnerst du dich an deine Sherry-Picking-Situation? Ah ja, ja, ja. Du meinst, wo wir da in dem Gasthof sind, wo wir genächtigt haben. Ja, ja, klar. Wenn man natürlich dann in der Region ist und sieht, dass die Flaschen extrem günstig sind, die man natürlich unbedingt mal probieren möchte, dann möchte man natürlich zugreifen. Das fand ich schon sehr cool. War ich auch ein bisschen neidisch, dass du die bekommen hast. Lebt die noch oder ist die durch? Die ist durch. Oh, okay. Ja. War es dein erster? Ja. Okay. Doch, doch. Und wie war das? Nee, Quatsch. Es war ja ein Kosch-Theorie. Genau. War aber nicht mein erster. Nee, nee. Also so richtig getrunkene Flasche vielleicht ja, aber vorher natürlich schon ab und an immer mal probieren dürfen im Restaurant auch. Ja. Ja, wobei ich natürlich, ich sage immer, es ist natürlich was komplett anderes, ob du jetzt eine Flasche Wein trinkst oder ob du nur dein Kostglas hast oder dein Probeglas. Ja. Was findest du interessanter, um den Wein kennenzulernen? Ja, doch, die Flasche natürlich. Das ist eine ganz andere Ebene. Also wenn du vom ersten Schluck bis zum letzten, eine Flasche entwickelt sich ja auch. Ja. Das hast du natürlich bei einem Probeglas ja eher selten. Das ist halt wirklich ja immer nur ein Hauch. Da kannst du die Entwicklung natürlich nicht so mitverfolgen. Und dann kommt natürlich noch der Faktor Zeit dazu, dass du natürlich im Restaurant dann ja nicht die Zeit hast, da das länger zu beobachten. Ist da nicht fatal, dass wir so viele Weinmenüs haben, statt Flaschen zu trinken? Also ich will dir nichts in den Mund legen, aber es ist ja einfach so eine Betrachtungsweise. Bei einem Weinmenü oder einer Weinbegleitung hast du ja immer nur diese punktuelle und die momentane Empfindung und nicht die Entwicklung über ein, zwei, drei Stunden. Beziehungsweise die Präsenz, die wirkliche Präsenz des Weines. Ja, also ich finde, da muss man grundlegend unterscheiden. Wenn ich heute eine Flasche mir bestelle, dann möchte ich mich natürlich intensiv mit der Flasche auseinandersetzen. Dann ist das irgendwo ein anderer Ansatz wie bei einem Weinmenü, wo es ja wirklich dann für mich eher darum geht, ein Glas zu dem perfekten Gang in dem Fall. Und dann steht vielleicht der Wein an sich nicht so im Vordergrund, wie wenn ich eine Flasche trinke. Dann geht es um das Erlebnis Speise und Getränk irgendwo, finde ich. Was magst du selber mehr im Restaurant oder bei euch im Bistot ausschenken, lieber Weinmenü und die Gäste mitnehmen auf einer Reise oder eine Flasche, wo du sagst, habe ich weniger Arbeit oder keine Ahnung? Also wenn ich heute Gastingue bin, dann eigentlich immer Flasche. Auf jeden Fall. Und als Zommelier? Eigentlich auch lieber Flasche, ehrlich gesagt. Genau. Wobei natürlich, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Doch, also auf jeden Fall Flasche. Und bei uns im Bistro ist es ja so, wir haben jetzt auch nicht das klassische Weinmenü oder Weinpairing. Ich empfehle natürlich immer gerne was zu den entsprechenden Gängern. Aber dass wir jetzt so einen Sexgang hätten mit Weinbegleitung, das gibt es ohnehin nicht bei uns. Genau. Von dem her stellt sich im Moment eigentlich eh weniger die Frage so ein bisschen. Ja, aber aus deiner Erfahrung heraus, als du noch im Söhringhof gearbeitet hast. Du bist das zweite Mal auf Söhringhof, ich habe dich dann unterbrochen. Ja, genau. Wien hat gerufen. Ja, Wien hat gerufen. Da ging es mir wirklich so darum, noch mal ein bisschen so, noch mal zu lernen, noch mal ein paar große Weine trinken zu dürfen. Deshalb bin ich dann ins Palikoburg gegangen. Das kann man dort, ja. Und dann kam Covid und hat uns natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja. Und dann war ja Lockdown und das Restaurant hatte nur zwei, drei Tage die Woche offen. Und dann hat sich eigentlich ein glücklicher, ja, Zufall, wenn man so will, dann ist dann eigentlich entstanden. Ich habe überlegt, ja, was machst du jetzt, ne? Also nur drei Tage zu arbeiten, ist mir viel zu wenig. Und habe dann mit Roland Welig vom Weingut Moritz Kontakt aufgenommen. Und habe dann eigentlich bei ihm im März gestartet und habe ein ganzes Jahr bei ihm mitgemacht. War dann über drei Tage bei ihm und drei Tage dann in der Stadt. Und das war natürlich super, ne? Also dann hattest du Praxis und ein wirklich gutes Restaurant, beides zusammen. Und in Roland habe ich ganz, ganz viel zu verdanken. Also der hat, also das war wirklich ein Top-Jahr. Der hat neben seine Blaufränkische abends dann immer große Weine aus dem Burgund oder dem Piment gestellt, ne? Blind. Und das war natürlich grandios, doch. So lernt man Wein trinken oder so lernt man die Rebsorten auch kennen. Ja, und er ist einfach eine ganz, ganz große Persönlichkeit für mich und großes Vorbild. Und doch, also, ja. Und dann, ja, und dann war es so, dass dann der Herbst kam. Und dann war schon so ein bisschen abzusehen, oh, jetzt kommt der nächste Lockdown. Und der kam dann auch und dann waren wir wieder daheim. Und dann hat der King an der Tür gekloppt, so ungefähr. Ob ich es mir nicht wieder vorstellen könnte, er bräuchte jemanden. Und wenn der King ruft, dann, dann kommt man, ne? Und das aber schon in weiser Voraussicht, trotz Lockdown-Situationen startete dieses Projekt und direkt frisch zu kommen. Ja, ich habe mich dann dazu entschieden, nach Sylt zurückzugehen. Ja. Das waren so ein paar mehrere Faktoren. Und ja, was er mir ja gegeben hat im Genussshop, ist ja eine Carte Blanche irgendwo. Und wenn du als junger Mensch die Möglichkeit hast, eine Weinkarte selber zu bauen, dann, oder das selber in die Hand zu nehmen, dann nimmst du die natürlich wahr, ne? Die ja durchaus sehr viel Anerkennung genießt, die Weinkarte. Also da hast du, hast du ja zum einen sehr guten Brückenschlag zwischen großen Klassikern und sehr individuellen Weinen geschafft. Aber schon zu einem der besten Weinkarten der Insel, oder? Und da gibt es ja nicht wenige. Das ist natürlich das Ziel, ne? Ja. Aber danke, danke. Doch, hört man gerne. Gerade aus deinem Mund ist das ein schönes Kompliment. Was war die größte Herausforderung bei der Gestaltung der Weinkarte? Also die Weine zu bekommen, die du gerne hätten haben, hättest wollen, hätten haben, wollsen, wie auch immer. Oder überhaupt eine Handschrift herauszuarbeiten, nachdem du vorher bei großen Zombies mehr oder weniger in der Schule, in der Lehre warst. Oder seinen eigenen Geschmack zu repräsentieren, den Syltergast abzuholen. Also was war für dich das Spannende und die große Herausforderung bei der Gestaltung der Karte, wenn du von Null anfängst und keine Leichen übernehmen musst? Ja. Also ein bisschen was war da, aber eigentlich konnte ich im Großen und Ganzen schon von Null aufbauen. Ja, für mich ist eigentlich immer so ein bisschen die Balance wichtig, ob es jetzt zwischen den bekannten Winzern ist und den kleinen, sage ich mal, Anführungsstrichen, Jungwinzern oder noch nicht so bekannten Winzern. Oder auch halt die Balance, sage ich mal, von der Preispolitik, dass du was natürlich nach oben und nach unten hast. Und ich finde es aber auch ganz, ganz wichtig, dass du nicht nur deinen eigenen Geschmack mit einfließen lässt, sondern auch irgendwo den Geschmack der Gäste. Finde ich sehr, sehr wichtig. Gerade in so einem Konzept wie den unseren brauchst du auch, sage ich mal, Weine, die irgendwo jeden abholen. Das sind zum Beispiel? Ja, ein einfacher Grauburgunder in Anführungsstrichen. Ob man das dann jetzt selber sich eine Flasche abends aufmachen würde, sei ja mal dahingestellt. Aber wenn du einen Gast damit happy machen kannst und es einen guten Grauburgunder von einem vernünftigen Produzenten gibt, weißt du, dann, ich bin ungern so ein Missionar, der dann sagt, nee, bei mir gibt es keinen Grauburgunder. Oder ob es jetzt, sage ich mal, der bekannte Supertasken ist. Da könnte man jetzt auch drüber streiten, ob der das Geld wert ist oder wie auch immer. Aber ob du, wenn du in dem Moment den Gast glücklich machen kannst, damit ist doch alles wunderbar. Ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einen schönen und Wohlfühlmoment schafft und das auch im Rahmen seines eigenen Ethikgedanken. Also man muss da ja nicht irgendeinen Billow-Wein von der Tanke holen und sagen, okay, dann jetzt den zur Strafe. Sondern es gibt ja in jedem Segment der oft gebäschten Weine auch teilweise ganz interessante und spannende Sachen und man schafft ein Zwischenelement. Ich finde, ganz viele Gäste, entweder wäre es schade, dass sie sich darüber ärgern, dass es das nicht gibt. Oder sie entwickeln sich nach einer gewissen Zeit auch in eine andere Geschmacksrichtung oder in ein anderes Qualitätsbewusstsein oder in eine andere Weinebene. Ja, und wenn man da den Gast abholen und begleiten kann, ist das ja auch eine tolle Aufgabe. Du, es ist das Schönste überhaupt. Mittlerweile haben wir echt viele, die fragen gar nicht mehr nach der Weinkarte. Die sehe ich schon vorne reinkommen und dann gehe ich eigentlich direkt hinten am Weinkühlschrank und hole direkt was raus, weil die einem so vertrauen. Und das macht, finde ich, dann so richtig Spaß. Oder wenn jemand sagt, mach uns mal was für einen Hunni so ungefähr. Und dann hast du die Herausforderung, den zu begeistern. Gibt es für dich auch die Situationen, wo du einfach verzweifelst? Also wo du nicht das Richtige triffst? Oh, gute Frage. Gibt es ab und an mal, dass man es nicht hundertprozentig trifft? Ja. Wobei ich eigentlich, wenn ich eine Empfehlung mache, eigentlich immer sage, du, wenn dir die Flasche nicht schmeckt, dann kein Problem, dann trinke ich die zum Feierabend. Dann machen wir was anderes. Also die Option ist eh immer da und leider kommt es nicht so häufig vor. Gibt es auch trocken ins Bett. Ja, genau, genau. Aber ja, manchmal schon. Manchmal hast du es natürlich auch so, wenn du so ein allgemein, wenn du so ein junger Mensch bist, dass dann natürlich, gerade wo ich angefangen habe, auch viele Händler oder so, wenn die mich dann das erste Mal gesehen haben, gesagt haben, oh, sie sind aber noch jung. Oder ja, wo man sich dann erst mal so ein bisschen durchbeißen muss und auch bei den Gästen. Wobei man kann es ihnen ja auch nicht verübeln. Man rechnet ja vielleicht auch nicht damit. Aber so richtig verzweifelt bin ich eigentlich noch nicht. Ich hatte es ein paar Mal. Also wenn man Gäste vor sich sitzen hat und man hat einfach nicht den Wein, also man versteht den Geschmack, man weiß auch genau, was sie mögen, was sie suchen, dass sie auch nicht kompromissbereit sind, aber man hat einfach den Wein nicht. Und da bin ich bestimmt zwei, drei Mal dann auch mit der Erkenntnis und dann auch mit der Aussage aus der Empfehlung, also aus dem Empfehlungsgespräch herausgegangen, da ich sage, ich bin heute nicht ihr Sommelier. Ich habe nicht das, was sie mögen. Und dann kann man einfach nicht weiter beraten, weil man doktet dann rum und probiert den fünften, sechsten Wein, es wird für den anderen leidlich. Und das ist manchmal nicht einfach. Aber es sind auch dann Situationen, wo man sich darauf besinnt irgendwann und damit auch umgehen lernt, beziehungsweise dann auch die schönen und Erfolgserlebnisse nochmal anders genießt, noch intensiver genießt. Wer hat dich vom Wein überzeugt? Ja, wer hat mich überzeugt? Ich muss vielleicht ein bisschen früher anfangen, wo ich, ich habe so ein Erlebnis, das hat sich mir sehr eingeprägt und ist vielleicht auch so ein bisschen daran schuld, dass ich auch vielleicht in die Richtung gegangen bin. Meine Eltern trinken eigentlich oder immer noch natürlich abends immer gern ein Fläschchen oder ein Gläschen Wein. Und jetzt nie was Großes, aber so ein bisschen der Genussaspekt war schon immer da. Und mein Vater ist auch gelernter Koch. Daher war schon immer so ein bisschen das Thema Kulinarik, aber jetzt eher im, sage ich mal, normalen Sinn. Also wir sind nie in den Sterner oder so essen gegangen. Das nicht, aber schon immer gut. Und dann wurde natürlich auch eine Flasche Wein bestellt oder auch mal zwei, drei Gänge gegessen, was vielleicht in anderen Familien auch nicht so war oder ist. Und da waren wir dann einmal, ich weiß nicht mehr welches Restaurant, das war am Gardasee im Urlaub und da war ich vielleicht elf oder so oder zehn. Und da war ein Sommelier, der hat das mit einer Leidenschaft ausgeführt, dieses ganze Handwerk. Und das hat mich so begeistert, dass ich mir mit meinem Taschengeld in dem Urlaub noch ein Kellnermesser gekauft habe. Ah, sehr cool. Und so hat es sich dann irgendwie entwickelt und ich war irgendwie fasziniert von den Rebsorten und so und von den Gerüchen. Und dann habe ich meine Ausbildung begonnen. Ganz einfaches oder mittlerweile, oder ja, sehr renommiertes Wellnesshotel, aber jetzt kein Sternerestaurant mit dabei oder auch kein Alacat-Restaurant. Und da hatte ich eigentlich das Glück, dass der Vater von unserem Küchenchef auch unser Weinhändler war. Okay. Und der hat immer Wein gebracht und dann so nach ein paar Wochen habe ich ihn dann mal gefragt, nimmst du mich mal mit in die Wachau? So ungefähr, gell? Und dann war er so total verwirrt, was jetzt der 16-jährige Bub von ihm will. Er will in die Wachau so ungefähr, gell? Weil der soll erst mal seine Ausbildung machen, so, gell? Und dann kam es dazu, dass er dann mal gesagt hat, ja, dann kommt halt mal vorbei, dann probieren wir mal ein bisschen was. Und dann ist da eigentlich eine Freundschaft entstanden und er, du brauchst natürlich jemanden, ne? Du hast nicht die Kohle am Anfang, du hast nicht das Wissen, du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Und er hat mich so ein bisschen an die Hand genommen und hat halt so mich so ein bisschen in Österreich und Deutschland so die Basics einfach beigebracht. Und das war sehr, sehr wertvoll, doch, ja. Hast du Weine damals anders gesehen als heute? Ja, auf jeden Fall. Ja. Eine ganz andere, viel romantischere Vorstellung vielleicht, ne? Irgendwo. Was ist für dich Wein? Glück einfach, ne? Okay, schön. Glück, Leidenschaft, alles miteinander. Ich finde, wenn du ein Glas Wein im richtigen Moment, gibt es doch nichts Schöneres, oder? Was ist der richtige Moment? Also wann ist ein perfekter Moment für dich für Wein? Was ist da wichtig? Ist es der Raum? Ist es die Luft? Ist es der Partner, die Partnerin? Ist es das Essen? Ist es so, wann findest du jetzt wow? Du am schönsten finde ich es, wenn du frei hast und machst dir am Nachmittag irgendwann mit deiner Partnerin oder mit meiner Freundin in dem Fall auf der Terrasse oder im Wohnzimmer eine schöne Flasche Wein auf oder mit Freunden. Also Geselligkeit finde ich schon sehr wichtig. Also allein eine Flasche Wein aufmachen passiert sehr, sehr selten. Also Geselligkeit ist mir wichtig. Und am schönsten ist es, wenn der Tisch einfach voll ist mit lieben Leuten, mit Freunden, mit Familie. Wenn es ein bisschen was zum Essen gibt, wenn man ein paar Flaschen aufmacht, ein bisschen über das Essen spricht, über die Weine. Und doch, das ist doch Glückseligkeit. Auf jeden Fall. Louis Röderer ist ohne Frage eines der renommiertesten Champagnerhäuser. Im Jahre 1845 beschloss Louis Röderer 15 Hektar im Grand Cru von Versenay zu kaufen. Die Idee, seltsam in dieser Zeit, in dem Trauben kaum einen Wert hatten, bestand darin, Winzer zu werden, um die Produktion seiner Jahrgänge besser zu kontrollieren, zu können. Seitdem stammen alle Louis Röderer Jahrgänge ausschließlich aus eigenen Weinbergen, was in der Champagner einzigartig ist. Die Suche nach der Vielfalt des Terroirs, Jahrgänge, Parzellen, Rebsorten und so weiter, ist für die Maison Louis Röderer selbstverständlich. Im Jahr 2024 erstreckt sich die Fläche des Weingutes von Louis Röderer über 250 Hektar, bestehend aus 420 Parzellen. Das immer noch unabhängige, familiengeführte Haus Maison Louis Röderer wird heute von Frédéric Rousseau in siebter Generation geleitet. Die Maison Louis Röderer produziert derzeit 3 Millionen Flaschen und vertritt diese in der gesamten Welt auf 250 Hektar. Die hauptanteilig mit Pinot Noir, aber auch mit Meunier und Chardonnay bepflanzt sind, folgt auf 150 Hektar ein biologischer und auf 100 Hektar ein biodynamischer Weinbau. Das klingt für uns Konsumenten, das klingt für uns Somniers, immer wahnsinnig attraktiv, ist aber in so manchen Jahrgängen wie dem Jahr 2017 eine ganz große Herausforderung für die Winter. Das Jahr 2017 hat ganz klar demonstriert, wie viel aufwendiger so eine Betriebsphilosophie ist. Gerade wenn man einen Qualitätsanspruch, einen solchen Qualitätsanspruch wie das Haus Röderer lebt und verinnerlicht hat. Der Jahr 2017 war kompliziert und brachte sowohl die traditionellen klimatischen Schwierigkeiten der Champagne, wie auch ein trockenes Frühjahr mit starkem Frost, denn zwischen dem 17. und 29. April gab es insgesamt 12 Nächte, in denen die Temperaturen unter 0 Grad fielen. Purer Nervenfraß. Und darauf folgte, auf den enttäuschenden, warmen und viel zu trockenen Winter, bei dem die Wasserreserven leider nicht aufgefüllt werden konnten, ein feuchter, mäßig warmer Sommer, der die Sorge mit sich brachte, dass die Trauben nicht wirklich reif werden. Ende August erreichte das Wetter fast tropische Bedingungen, so dass bei den Pinot Noirs und den Meuniers während der Reifeperiode Grautschimmelfäule auftrat. Juhu, da schlägt das Witzer Herz höher. Die Weinlese im Jahr 2017 fand in rasanter Geschwindigkeit vom 31. August bis zum 19. September statt. Von Work-Life-Balance kann da keiner reden. Aber die Weinlese in dem Weinberg musste äußerst schnell vorangehen und war enorm aufwendig, da nahezu jede Traube regelrecht von den Erntehelfern geduzt wurden, weil sie hochakribisch und besonders sorgfältig ausgewählt wurden. Und was aber enorm wichtig war, denn man hatte das Ziel, einen der Qualitätsnorm des Hauses Louis Röderer entsprechenden Rosé-Champagner aus dem Jahre 2017 zu erzeugen. Der Rosé stammt aus den 35 kleinen Parzellen des mit Pinot Noir bepflanzten Weinbergs La Rivière und den wesentlich kühleren Kalksteinböden, auf denen der Chardonnay wächst. Dieser Rosé ist das Ergebnis einer langen und sanften Infusion, welcher es ermöglichte, die Sanftheit und Reife der Bären zu extrahieren, um gleichzeitig ihre immense salzige Frische zu bewahren. Zu den mazerierten Pinot Noirs wird der Saft der Chardonnay-Trauben gegeben, sodass es zu einer gemeinsamen Fermentierung und einer perfekten Integration kommt. Letztlich verlief also alles richtig gut. Die verzögerte Entwicklung im Sommer sorgte für die strahlige Frische in dem Wein, die kompakte Entwicklung im Herbst für die Weichheit des 2017er Jahrgangs. Also wenn es einen Arbeitstitel für den 2017er Rosé geben sollte, dann ist es Weichheit und Frische. Der Rosé 2017 ist das Ergebnis einer Kombination, mit welcher das Beste aus 60% Pinot Noirs-Trauben, aus Cumières, die für die Waldbeernnoten, sprich die wilden Erdbeeren- und Himbeernnoten, Blutorange, Blütenblätter, Macaron und Rosencreme-Aromen verantwortlich sind, und 40% Chardonnay, vornehmlich aus Tree, dank derer sich ganz feine Citrusfrucht-Aromen und die jodhaltigeren, harzigeren, würzigeren Zedernholzaromen in dieser besonderen Cuvée zu finden sind. Diese Kombination schenkt diesem Rosé einen wunderschönen Rosé-Ton mit leicht kupferfarbenen Reflexen. 29% der Gesamtmenge wurden im Eichenholzfass ausgebaut. 24% haben eine BSA im Lebenslauf zu verzeichnen und schenken dem Wein ein leicht schokoladencremiges Fundament. Ja, am Gaumen gibt sich der Wein schmackhaft, schmeichelnd und elegant. Die 8g Dosage je Liter schenken dem Wein eine samtweiche Textur und überlässt der würzigen Note ihren Platz. Die fruchtige Gaumenmitte, die fast an Likör erinnert und durch frische, jodhaltige Noten Energie vollwirkt, endet in einem Finale, das an Schokolade, an frisches Kalkgestein mit einem leicht salinen Eindruck erinnert. Ein Champagner ohne Frage zum Genießen, zum sich drin verlieben, zum Entdecken. Und ich finde es unfassbar spannend, wenn man diesen Champagner richtig greifen möchte, ihn in zwei verschiedene Trinkgeschwindigkeiten zu genießen. Was heißen soll? Dass man gerne ein Glas in drei bis fünf Minuten und ein zweites später in fünf bis zehn Minuten genießt. Der Trend geht ja ohnehin zum Zweitglas, also daher kann man diese beiden Gläser auch gerne nebeneinander probieren. Und das hat den Vorteil, dass man beim ersten Glas den Eindruck eines Speed-Datings mit diesem rosa Gesellen hat und beim zweiten Glas so richtig intensiv in die Konversation einsteigen kann. Vielen Dank für dieses Rosé-Erlebnis dem Hause Louis Röderer und ein großes Dankeschön auch dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Wie wichtig ist der Ort dabei? Also kannst du Wein überall trinken? Kannst du Wein auch, keine Ahnung, an der Vodekant trinken? Oder muss es eine vertraute Umgebung sein oder ein tolles Restaurant? Eigentlich geht es überall, muss ich sagen. Vielleicht jetzt nicht in der Disco oder so. Ja. Aber eigentlich überall doch. Aber Wein und Musik schon, oder? Also findest du das passt zusammen? Kann man das kombinieren? Oder ist das... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde, Musik kann auch im Restaurant doch immer eine andere Ebene nochmal schaffen, gell? Ja, das ist krass. Also manchmal, wenn man irgendwo in einer Lokalität, da finde ich es eigentlich am signifikantesten sitzt und es ist keine Musik, der Raum wirkt irgendwie tot. Ja, leer, ne? Total leer. Musik leitet das aus, muss man auch richtig, also die richtige Musik dort finden. Und genauso geht es beim Wein. Ich finde, man kann Wein mit Musik ergänzen. Was hattest du denn für eine Musik bei dir eigentlich im Laden? Wir hatten Akustik-Cover und das aber recht emotional ausgewählt und die wurden dann meistens in einer anderen Rhythmusgeschwindigkeit gespielt, sodass man den Titel kannte, sich damit vertraut fühlte und durch diese andere Geschwindigkeit hört man trotzdem unbewusst hin, weil das Lied oder der Song mit einmal anders klingt. Und das hat, glaube ich, sehr viele abgeholt und sehr viele berührt. Das war was, was wir recht häufig hatten und ganz viel Piano. Und das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten. Also die Geschwindigkeit der einzelnen Stücke war für mich immer relativ wichtig, wenn man sehr viel Dynamik davon abhängig machen kann. Ja, stimmt schon. Ja, wenn es zu langsam ist, dann merkt man, finde ich, immer so richtig, dass auch so die Gäste ruhiger sind und die, ja, die Geschwindigkeit eine andere ist. Und ich finde aber, jeder Raum und jeder Wein hat und braucht seine eigene Musik. Also die Musik, die wir dort gespielt haben, passte nur zu uns. Das hat nicht bei mir zu Hause gepasst. Das hat nicht in den anderen Weinbars, die ich teilweise hatte, gepasst, sondern es passte eigentlich nur in diese eine Location. Okay. Und diese Sensibilität dafür zu haben, das genau darauf abzustimmen, auch auf die verschiedenen Tageszeiten und so weiter, das, finde ich, macht unglaublich viel Spaß und berührt einen auf so eine ganz eigene Weise. Und genauso ging es mir auch beim Wein, dass man manchmal Weine hat, die man mit der Musik zerstören kann und manche, die man eben dadurch bereichern kann, wenn man sich selber eine ganz eigene Stimmung bringt. Ja, das stimmt schon. Hast du ein Alltagswein, wenn du sagst, Weintrinken mit Freunden? Also gibt es da einen Wein, den du immer als sichere Bank nimmst oder probierst du dann immer Neues sagen oder immer nur die Resteverwertung von Gästen, wenn die Empfehlung nicht geklappt hat? Ja. Ja, ich habe ja schon gesagt, leider gibt es da häufig wenig, also gibt es leider sehr wenig davon. Aber manchmal wäre es ganz schön doch. Nee, aber Alltagswein in der Form nicht. Es gibt so einen bestimmten Stil vielleicht oder es ist eine Klaviatur im Kühlschrank da, sage ich mal, von bis. Und je nach Stimmung dann, man hat natürlich so seine Weingüter, wo man daheim ist, aber dass ich jetzt sagen würde, Kalk und Kreide vom Themen wäre jetzt mein Hauswein, das ist nicht so. Aber ich versuche schon, dass bestimmte Weine, dass immer ein paar gute Rieslinge da sind, ein bisschen Piemont muss da sein, Blaufränkisch muss da sein, ein bisschen Sprudel und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Gibt es da Weingüter, die du total spannend findest oder die du ganz gerne bei dir immer zu Hause hast? Ah ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall hat man so ein bisschen seine Weingüter, glaube ich. Ob es jetzt ein Julian Hart ist, ob es jetzt ein Roland Welig ist, Hannes Schuster trinke ich sehr, sehr gerne, Piemont, Mascarello, solche Sachen einfach. Ich meine, im Grunde, die Weingüter, die man gerne trinken würde, die hat man leider eher weniger. Aber gut, das ist halt der Sache geschuldet, die gibt es halt dann in der Arbeit. Ja. Aber dann, wenn du Wein trinkst, dann schon Wohlfühlatmosphäre und nicht immer was Neues und schräge Sachen und ausprobieren, sondern dann geht es um den Moment. Mischung meistens, also wenn wir mit Freunden oder mit Kollegen hier was trinken, dann ist es meistens, klar, jeder bringt auch immer ein bisschen was mit, von dem her ist da eh immer schon eine Mischung da und dann gibt es meistens eine Mischung aus Sachen, die man irgendwo kennt oder wo man die Weingüter sehr gern mag und dann gibt es halt immer noch eine Mischung von Sachen, die man irgendwo mal mitbestellt oder so, die einen irgendwo interessieren, damit man natürlich auch irgendwo weiterkommt. Kannst du Weine trinken, die dir absolut nicht zusagen? Also die du schlecht gemacht, unappetitlich? Finde ich manchmal schade, wenn man in einer Runde ist und jeder bringt so Weine mit. Ja. Dann denkt man, oh Mist, durch den muss ich jetzt auch durch. Und das kann entweder qualitativ oder auch vom Stil oder sonst irgendwie sein. Manche sind so unappetitlich, die möchte man einfach nicht trinken. Aber ich finde es dann eigentlich auch gut, wenn man das dann kommuniziert. Also jetzt neulich hatte ein Freund von mir einen Wein mit dabei von Teneriffa und das war halt schon zu alt einfach, zu oxidiert und der Wein war noch lebendig, aber der hat jetzt keine Freude gemacht. Und dann habe ich zu ihm auch gesagt, du, dafür ist mir heute der Feierabend zu kostbar, dass wir es anderes machen, so ungefähr. Was ja auch gut ist, also auch daran kann man, also an dieser ehrlichen Aussage kann man wachsen oder kann sich darauf einlassen. Ich hatte es manchmal auch, wir haben ja extrem viele gereifte Weine in der Bar auch ausgeschenkt. Und jemand, der das einfach nicht kannte, das gewohnt war oder dem Wein nicht genügend Zeit gegeben hat oder man braucht ja dafür auch ein gewisses Verständnis, muss sich da reindenken, reinarbeiten. Wenn der gesagt hat, nee, ist nicht meins und man kann dann in die Kommunikation gehen, sich austauschen und sagen, hier, warte mal fünf Minuten, dann hat man immer noch die Chance. Wenn dein Freund dann gesagt hätte, ja, aber sieh den Wein von der Seite oder so, dann ist es dann trotzdem Leerstück. Ja, stimmt, stimmt auf jeden Fall. Was würdest du nie mit Wein tun? Also ist Wein für dich ein Heiligtum oder aus der Flasche am Strand oder mit Strohhalm? Strohhalm müsste jetzt nicht sein. Es ist aber auch schon mal passiert, dass ich ohne Weingläser einen Wein getrunken habe, aus der Flasche im Notfall. Gab es auch schon mal, weil, klar, wenn man jung ist, ist unterwegs und man hatte gerade keine Weingläser mehr zur Hand, dann ist es halt auch mal so passiert. Ja, mischen oder sowas, finde ich, geht gar nicht. Also irgendwie so. Wobei ein guter Spritzer, ein guter weißer Spritzer nach einem heißen Tag ist auch was Schönes auf jeden Fall. Ich finde das teilweise gar nicht so verkehrt und das habe ich interessant. Interessanterweise beim Willi in der Freundschaft, dass dort und beim anderen Kollegen, beim Henrik Harnes im VAU damals, kennengelernt. Ich würde es mir selber, glaube ich, nie machen oder bestellen. Aber der Willi hat mir einfach so ein Spritzgespritzen hingestellt und dann dachte ich, boah, das passt jetzt genau, bevor du die ersten drei, vier Schlucke gegen den Appetit, die Gier, den Durst trinkst. Ist sowas eigentlich viel vernünftiger? Ja, manchmal wird ja auch Wein dann mehr zum Getränk, in dem Fall, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Dann ist es ja eher ein Erfrischungsgetränk, wenn du so möchtest. Und kein Genussmittel mehr. Ja, irgendwo, oder? Erstmal so. Und da finde ich das vernünftig, ja, stimmt. Man nimmt ja auch dann nicht den besten Wein, das ist ja dann eh immer ein... Ja, durchaus ein Anständigen trotzdem, genau. Hast du, hast du oder hattest du ein Vorbild? Also du hattest erzählt, wer dich eingeführt oder geprägt hat, aber gibt es bei dir aktiv noch jemanden, der, wo du sagst, wow. Du, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wer? Sogar ganz schön viele, wo ich sagen würde, ist ein Vorbild. Doch, finde ich schon. Ob du es jetzt auf jeden Fall auch bist, mit dem Podcast-Projekt und so, das finde ich schon richtig klasse. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Vorbild. Oder eine Bärbel Ring, ein Henrik Thoma, solche Leute sind auf jeden Fall Vorbilder. Gerhard Retter ganz weit vorne bei mir. Doch, da schaut man doch als junger Mensch auf und also auf jeden Fall lässt sich inspirieren. Von den Leuten kann man ja so viel lernen. Doch, 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 auf jeden Fall. Aber bist du anders, also ist deine Generation anders als die Generation Gerhard, Bärbel, Henrik, etc.? Also habt ihr einen anderen Umgang mit Wein? Ah, das ist eine gute Frage auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Es wäre natürlich die Frage, wie die Weinwelt damals gewesen wäre, wo die jung waren. Aber die Weinwelt hat sich ja auch komplett verändert. Also das ganze Thema Naturwein und so, das gibt es ja noch nicht so lange in der Form auf jeden Fall. Na, ich glaube, es hat sich damals, als ich jung war, insofern verändert, dass die Informationsmöglichkeiten ganz andere waren. Du konntest dich halt nicht ad hoc informieren, sondern du musst dir ein Buch kaufen und musstest das Buch auch lesen. Und dadurch hatte man einen anderen Zugang zu Informationen. Manchmal vielleicht, würde ich sogar sagen, anderes Tiefenwissen, andere, ich glaube, fast Ernsthaftigkeit, ohne jemandem das abzusprechen. Vielleicht aber auch eine andere Verbissenheit. Man hat anders miteinander, untereinander kommuniziert. Und es führte sich für mich ein bisschen langsamer an. Die Weinwelt war auch kleiner, war konzentrierter. Ja, damals gab es ja eigentlich nur Europa, ne? Na, es gab schon die neue Welt, aber selbst wenn du Europa nimmst, dann war Teneriffa nicht unbedingt auf deiner Landkarte. Oder wenn du die neue Welt nimmst, dann hat keiner was von Brasilien gewusst, dass es da auch Weine gibt. Gab es die Klassiker, ja. Ja, ich glaube, ich glaube, du kannst dir heute einfacher und natürlich schneller Informationen beschaffen, ne? Also, ob ich jetzt, glaube ich, in deiner Zeit, wo du jung warst, so schnell das Wissen aufbauen hätte können, weiß ich nicht. Weil heute, du machst dir YouTube an, dann kannst du dir Videos anschauen, wie es halt im Grunde aussieht, ne? Da musst du nicht unbedingt hinfahren, wobei es hinfahren natürlich ein ganz anderes ist, wie es du ja auch beschreibst, ein anderes Tiefenwissen. Wenn du einmal da bist und die Luft gerochen hast, ne? Das ist schon was anderes. Das kannst du natürlich über das Internet nicht. Also, das auf jeden Fall. Aber so ein Grundwissen anzueignen, glaube ich, ist heutzutage auf jeden Fall einfacher, ne? Ja, man braucht aber, finde ich, eine andere Ernsthaftigkeit, wenn man sich ganz schnell auch mit dem, was einem präsentiert wird, zufrieden gibt. Ja, das stimmt. Also, wenn da drei bunte Bilder, vier Winzer, Winzerinnen, dann bist du da dann schon, ach, sagst du super, so sieht die Wache aus, mega. Vor allem bei den Winzerinnen. Inwiefern hat sich die Generation sonst verändert? Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube doch sehr auch, also es ist auch nicht mehr so sehr die Bereitschaft vielleicht da, so viel Energie in den Beruf einzubringen. Einzubringen, das auf jeden Fall. Ich glaube, so wie ihr das früher gemacht habt, ne, so 16 Stundentage, das geht ja heute gar nicht mehr. Also macht dir ja keiner mehr mit. Ne, das hat sich auf jeden Fall verändert. Die berühmte Work-Life-Balance. Ja. Findest du es gut, also findest du, dass es rein gesetzlich, ethisch und so weiter richtig ist, ist ja unabstreitbar, aber manchmal finde ich es total schön, auch sich so komplett in dieser Sache auszuleben. Also wie ein Sportler, der halt nicht nur seinen Zwei-Stunden-Sport macht, sondern das so richtig freakig lebt. Ich, ja, also ich mag es eigentlich gern, muss ich sagen. Also ich meine, es muss jetzt nicht der 16-Stunden-Tag sein, aber ab und zu, wenn es so in der Nebensaison gibt, so Tage, wo man wirklich nur acht Stunden oder neun Stunden arbeitet. Ich finde, dann kommt man nach acht Stunden heim und dann denkt man sich, ja, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Ich bin da immer komplett überfordert eigentlich. Oder so ab und an mal, wenn man mal so Zeitausgleich so einen Tag mehr in der Woche frei hat, da bin ich eigentlich eher überfordert, weil ich eigentlich dann schon eher immer so ein bisschen heiß, heiß aufs Geschäft bin. Mir macht das Spaß und also 16 Stunden müssen nicht sein, aber so 11, 12 Stunden finde ich eigentlich immer schon ganz gut. Ist ja auch ein schönes Gefühl, ne, wenn man dann rausgeht und man weiß, was man gemacht hat, ne. Und vielleicht fehlt das auch der Generation heute irgendwo, ne. Kann manchmal sein, dass man diese Aufgabe, also dass der Beruf in gewisser Weise auch eine gewisse Wertigkeit, einen gewissen Lebensmittelpunkt darstellt. Wo man eben Anerkennung erfährt, wo man auch Freude dran hat und wo man sich ausleben kann. Du, ich sage immer, am Ende muss die Balance stimmen, ne. Wenn für dich eine schwarze Zahl unten drunter steht, wenn du zufrieden bist und wenn es dir gut geht dabei, dann ist alles gut. Und ich glaube auch, es gibt Menschen, die können es besser und welche, die können es nicht so gut, so ein Pensum zu machen, ne. Soll ja auch nicht für jeden im Prinzip genau, soll ja keine Norm sein. Ja, aber wenn du halt in der Gastro bist, dann finde ich, musst du halt schon ein bisschen jetzt den Hang zur Arbeit haben, gell. Wenn du dann sagst, ja nur 8 Stunden, finde ich, das geht eigentlich nicht in der Gastro. Also entweder bist du in der Gastro oder bist es halt nicht. Da musst du halt dann was machen, wo es halt weniger anstrengend ist, ne, das habe ich dann immer. Dafür, also für die Aussagen kriegen wir jetzt so fett einen auf den Nuss von ganz vielen Seiten. Also ich sehe schon den ganzen Kommentar. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Shitstorm, gell. Ja, genau. Oder dein Dienstplan wird nochmal umgeschrieben vom... Ja, aber es ist ja so, oder? Ich finde, wenn du in der Gastro bist, ich meine in der, wo wir uns bewegen, wenn du jetzt was Einfaches machst, in Anführungsstrichen, eine einfache Systemgastronomie oder so, okay, warum soll ich da jetzt mich reinhängen, ne. Aber ich meine, da, wo wir uns doch bewegen, das ist ja Spitzensport, das ist Champions League irgendwo. Ja. Und entweder du willst mitspielen oder du willst es halt nicht, finde ich, gell, also... Würdest du gerne nochmal Wein empfehlen? Also hast du irgendwie einen Wunsch, wo du sagst, boah, da würde ich gerne nochmal hin in fünf oder in zehn Jahren oder auch manchmal vielleicht einfach nur für den Tag reinsneaken, um zu gucken, wie die Ticken denken? Ah, doch, da gibt es schon ein paar Läden. Wobei es gibt auch in einigen Läden in der Vergangenheit, wo ich gerne gearbeitet hätte, wie eine Aubergine oder so. Ja. Ich auch. Das muss irre gewesen sein. Und damals, oder? Ja. Und die Dynamik damals. Ja, die Anspannung auch, auch diese komplett neue oder andere Anforderungen, die der Gast automatisch mitbringt, an dieses damals noch neue Restauranterlebnis, an dieses Neuentdecken, an... Auch so diese, ich mag ja manchmal diesen steifen Charakter auch, also wenn es so alles so gesittet und höflich und mit A und sie und meine Herr und meine Dame und sowas auch zu leben, was ja halt komplett auch in eurer Generation ja noch krasser und noch mehr verloren geht. Ja, schade eigentlich, gell. Also das hätte ich auch total gerne mehr mitgemacht. Ja, also Aubergine, glaube ich, ja. Wo noch? Also wo würdest du gerne nochmal oder wo würdest du gerne oder was? Hast du konkrete Pläne? Ja, es gibt schon ein paar Läden, aber ich habe jetzt keine konkreten Pläne. Ja. Aber so Läden wie Tantris oder so, stelle ich mir schon ganz cool vor, auf jeden Fall. Wobei man sich natürlich dann auch immer überlegen muss, ob das dann für längere Zeit irgendwo wäre. Aber für einen Tag auf jeden Fall, gell? Ja. Doch. Wahnsinn, was dort passiert. Also in welcher kurzen Zeit da auch so wie viele Leute glücklich gemacht werden? Wie viele Körpers die am Tag schicken, das finde ich so strange. Ja, und auch mit den zwei Outlets so ungefähr. Ja, ja. Die leben schon auch richtig, ne? Die Gastronomie, so wie sie es gehört. Ja. Dann auch den Service dort zu leben. Wie wichtig ist für dich Wein-Service? Also was macht ihr bei euch? Worauf legst du ganz viel Wert? Was würdest du gerne mehr machen? Was findest du totaler Quatsch, wenn du das irgendwo siehst? Also ich hätte auf jeden Fall immer gerne ein bisschen mehr Platz, aber auf Sylt ist der Platz halt immer ein bisschen begrenzt. Mal ein Görido mehr wäre mal ganz schön. Aber natürlich dem Konzept entsprechend ist es jetzt bei uns nicht überförmlich. Ein paar Standards, finde ich, sollten schon sein. Aber ich finde jetzt nicht, dass man es übertreiben muss. Also es kann schon, ich meine, wenn ich jetzt vielleicht in einem Sterner wäre oder so, dann würde es nochmal anders aussehen, definitiv. Aber bei uns wird dann halt auch mal vielleicht eine Flasche Wein in der Luft aufgemacht, ne? Wo ich jetzt im Sterner sagen würde, eher schwierig. Ja. Richtige Gläser, vielleicht eine Karaffe. Welche Gläser habt ihr? Eisbucket und los geht's. Wir haben von Spiegelau die Definition. Okay. Genau. Also die sehr Zalto-ähnlichen, sagen wir es mal so. Ja. Aber ein bisschen ergänzt, also es ist ein bisschen Riedel da. Es ist die Gläser, die ich eigentlich am liebsten hätte, aber das ist halt ein bisschen unwirtschaftlich immer. Durch den Bruch werden von Giacomo Conterno die Sensory Gläser. Ja. Weiß ich nicht, ob du die kennst. Ja, ja. Auch ein schönes Konzept, das ist eine schöne Geschichte gewesen. Ja. Ja. Aber halt sehr preisintensiv, ne? Ja. Aber das ist so für mich eigentlich mein Lieblingsglas. Mhm. Ja, genau. Durftest du das damals mit aussuchen? Also konntest du sagen, ich hätte gerne die Gläser? Ähm, doch. Also ich muss sagen, ich habe sie einfach bestellt, ne? Ja, korrekt. Warum hast du dann die genommen? Also warum Riedel, warum Spiegelau? Gibt es da für dich, was ist wichtig für dich beim Glas? Äh, die Haptik irgendwo natürlich. Ja. Wird oft total unterschätzt, ne? Das, ähm, wie sich das Glas zum einen in der Hand anfühlt, dann aber auch der Wein, wie er sich in dem Glas bewegt und ... Ja, wobei ich habe auch festgestellt, dass das Glas an sich, also der, der Stoffglas macht auch einen Unterschied, ne? Ja. Ja. Die Definition ist ja eigentlich eins zu eins wie die Zaltos, ne? Ja. Aber bei den Zaltos, da merkst du einfach, das hat ein Mensch mit der Hand gemacht, wohingegen die Definition Gläser ja Maschinen gezogen sind. Mhm. Trotzdem ja eigentlich wie ein Mundgeblasenes sich anfühlt, aber wenn du sie nebeneinander hast und den Wein draus trinkst, das Glas, das Zaltos schmeckt anders, schmeckt besser. Es ist so. Ganz andere Welt. Also ich bin auch ein Riesenfan von von mundgeblasenen Gläsern, weil die Weine sich ganz anders entwickeln und man hat auch ein anderes Wertigkeitsgefühl. Also die Definition empfinde ich in der Tat als unglaublich filigran und leicht, aber sie haben nicht diese handgefertigte Haptik. Also dass du halt auch unterschiedliche Stärken im Stil hast, dass du eine gewisse Unwucht da drin hast und also all die Sachen, was so ein handgefertigtes Glas sehr individuell macht. Und dann die Entwicklung der Weine. Es ist gravierend, finde ich. Ja. Und da finde ich es spannend. Du hast ja auch mit deinen eigenen Gläser gemacht, ne? Das war bestimmt auch spannend. War sehr interessant. Also der gesamte Prozess ist auch richtig auszuleben, sich Gedanken darum zu machen, auch Gedanken darum zu machen, was wichtig ist, was wichtig sein kann und dann natürlich jetzt auch in der Phase, was du eben auch von dem Conterno-Glas gesagt hast, die Wertigkeit zu sehen. Die sind ja, wir haben damals mit 30 Euro angefangen, mittlerweile liegen die bei 80 Euro. Dann auch für sich selber zu sagen, ist es das wert? Und wenn man die Gläser dann nimmt und probiert oder auch Salto nimmt und probiert, dann empfinde ich jedes Mal, wenn ich ein Wein daraus trinke, dass es das wert ist. Ja. Und dass sich das dann lohnt, der Mehrwert auch lohnt. Man muss halt sich Gedanken darum machen, wie man die Gläser poliert und wem man sie polieren lässt. Aber man kann so viel mehr aus dem Wein, aus der Flasche, aus der Qualität herausholen. In welchem Glas hast du den Wein? Nein. Ich habe den Wein gerade in einem Salto Universal. Die Quintessenz Sauvignon von Kaltern. Magst du Sauvignon? Doch, eigentlich gerne. Ist jetzt vielleicht nicht meine Lieblingsriebsorte, aber doch durchaus gerne. Vielleicht lieber die südsteirischen Vertreter. Aber ich finde beim Sauvignon hast du eigentlich, du weißt immer, was du hast. Also durch dieses Aromenprofil. Doch, mag ich sehr gern. Für mich ist es eine ganz super dankbare Arbeitsrebsorte. Weil du kannst Leute damit begeistern, kannst auch den einen oder anderen, der nicht ganz so super erfahren ist im Wein trinken, kannst du von dieser Aromenwelt begeistern, kannst die Leute damit abholen. Und ich finde, es ist manchmal schade, dass man beim Sauvignon alles so in eine Schublade steckt. Denn es gibt ja so unterschiedliche Sauvignons. Also es gibt klar den Loire-Stil, wo es gar nicht so sehr um die Rebsorte, sondern mehr um die Kerncharakteristik des Weines geht. Es gibt teilweise den deutschen Stil oder den New World Stil, wo du anfänglich Leute richtig Aromen faszinieren kannst oder richtig Aromneurotiker abholen kannst. Dann den steirischen. Ich finde das der Hammer, was die geschafft haben, also neu zu definieren und eben auch diese Rebsorte neu zu definieren und zu interpretieren und darzustellen. Und auch vor allen Dingen die verschiedenen Ebenen dieser Rebsorte darzustellen. Vom einfachen, fruchtigen Wein bis hin zu richtig tiefem Charakter und eine ganz eigene Ausstrahlung. Und ich mag aber eben auch diesen kalteren Stil. Also gerade bei diesem Wein, mit dieser Spontanvergärung, mit dieser Konzentration. Man spürt die Höhe, man spürt die 500 Meter. Ich finde, der hat eine ganz eigene Länge und trotzdem diese Gelbfruchtigkeiten, diese Stachelbeere, die Litchi-Aromen, diese Holunderblüter. Ich finde, du hast in Südtirol immer, und die schaffen das wirklich par excellence, du hast immer, sage ich mal, einen Wein, den du wirklich trinken kannst. Also, wo du wirklich ein Glas Wein trinkst, in Anführungsstrichen. Du hast aber dann doch, wenn du dich damit auseinandersetzt, doch eine Tiefe, eine Komplexität da und eine tolle Fülle und dann die Frische einfach hinten am Gaumen, durch die Höhe. Das ist halt die Balance, finde ich, finde ich perfekt eigentlich. Ich finde es auch interessant, dass Südtirol neben vielleicht noch Baden so eine der beiden Regionen ist, wo Genossenschaften eine gewisse Präsenz haben. Ja, aber in der hohen Qualität, gell? Ja, das hat mich da damals sehr überrascht, als ich das so das erste Mal verstanden habe, dass es eine Genossenschaft ist und dass da, keine Ahnung, 600 Winzer daran arbeiten, diese 400 Hektar zu bewirtschaften und das aber mit einem ganz anderen Qualitätsbewusstsein. Ja, aber vielleicht auch, weil sie einen anderen Wert einspielen. Also, so ein Wein hier, der liegt ja auch bei 25 Euro, glaube ich, und nicht bei 6,20 Euro. Also, es ist da eben auch ein anderes Kommerzbewusstsein ist. Ja, und bei uns, die Gäste trinken sehr, sehr gern Südtirol. Okay. Also, kommt auf jeden Fall immer sehr, sehr gut an. Mhm. Und wie du es schon gesagt hast, einfach mit dieser Aromenvielfalt, das, damit kannst du immer gut arbeiten. Was würdest du dazu essen? Ah, ich finde, ja, gute Frage. Also, ich finde Sauvignon eh immer sehr, sehr gut, so alles, was Krustentier ist, geht sehr, sehr gut, finde ich. Mhm. Da habt ihr ja einiges bei euch verfügbar. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, das wird sogar sehr, sehr gut, so zu so einem gebratenen Hummer oder so passen, gell? Ja. Da hast du diese leichten Röstaromen auch im Wein. Mhm. Und ich finde diese, ja, so ein bisschen dieses Litsche und so, das erweitert dann das Gericht immer nochmal ganz gut. Mhm. Wenn du den Wein probierst, was ist für dich da wichtig, wenn du dir ein Gericht dazu vorstellst? Also, ist es mehr die Haptik, ist es mehr die Aromatik, ist es die Länge oder die Kürze, die Frische? Wie betrachtest du den Wein? Ah, irgendwo eine Mischung, oder? Mhm. Ich finde natürlich, wenn die Nase schon nicht zusagt, dann wird es eh schon schwierig, ne? Also, ja, aber Struktur und wie der Gerbstoff sich präsentiert, ist mir schon auch sehr, sehr wichtig. Also, ich mag schon sehr, sehr gerne Weine, die auch ein bisschen Grip am Gaumen haben. Das sagt mir schon sehr zu, doch. Wie kann man Grip beschreiben? Ja, Gerbstoff, ne? Okay. Wenn du, wenn du mit der, ich fahre mit der Zunge über den Gaumen und wenn du das ein bisschen, wenn du da den Grip hast, sage ich mal so, gell? Ja, die Struktur einfach, das Tannin irgendwo. Ja. Wenn es dann auch irgendwie so ein Umami, ja, genau. Wenn du so ein bisschen so ein Umami-Charakter dann einfach, du hast einfach mehr Gefühl, gell? Ist dir das geschenkt worden, also ist es Naturbegabung oder hast du dir das antrainiert? So dieses Wein trinken, Wein verstehen, Wein interpretieren? Oh, ich glaube, du brauchst schon ein bisschen jemanden, der dir das beibringt oder so den Input gibt, ne? Und zwar bei dir damals der Weinhändler, also der Vater von deinem Küchenchef. Ja, der hat so die Basics gelegt, so dieses ganze Gefühl für Gerbstoff, Tannin und so, das habe ich auf jeden Fall ungemein dem Roland Welig zu verdanken. Da ging es immer sehr, sehr viel beim Kosten um den Gerbstoff. Aber gut, wir haben auch viel Piment getrunken und da ist natürlich Gerbstoff eine tragende Säule, ne? Beim Neviolo. Rum ist definitiv eine absolute Trendspirituose. Und damit meine ich nicht den Trend, der in den Clubs abgefeiert wird. Auch nicht den Trend, an dem sich Freaks, Nerds oder Snobs abarbeiten. Sondern den Trend für Liebhaber, die sich einfach gerne mit absoluter Qualität beschäftigen. Und auch in der Spirituosenwelt ist es so, dass wenn einer der angesehensten und erfahrensten Produzenten einmal out of the box denkt, entstehen nicht selten bemerkenswerte und sehr außergewöhnliche Produkte. So passiert es bei der Distillerie Tissentier Fies, die legendär und bekannt für ihre Konjaks sind. In diesem Haus hat man es geschafft mit ihrer Kompetenz, die man ganz klar über das Familien von Spirituosen definieren kann, das Thema Rum komplett neu zu denken. Vier Generationen, 150 Jahre Erfahrung mit dem traditionellen Charenteser Brennverfahren, bei dem der Grundwein zweimal im Kupferkessel gebrannt wird, sind die Grundlage für diese neue Rum-Idee. Ja und in diesen vielen Jahrzehnten hat man gelernt, nichts dem Zufall zu überlassen. Bei ihrem Kernprodukt, dem Cognac, überwachen sie die gesamte Produktionskette vom Weinberg über die Brennerei bis hin zum Keller und letztlich der Abfüllung. All diese Ressourcen stehen ihnen zur Verfügung, um einem eigenen qualitativen, hochwertigen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Und man geht dabei ganz eigene, manchmal richtig verrückte Wege. Etablierte allein sechs eigene Brennstrecken, sorgte für genügend Lagerfläche, denn Zeit ist ein absolut wichtiger Faktor bei den Spirituosen. So verfügen sie allein über 14 eigene Keller in der Nähe der Brennerei, in denen 2000 Eichenfässer und weitere 11 Millionen Flaschen gelagert werden können. Ein Qualitätsfanatismus, der auch in der Bauderie-Region, nordwestlich von Cognac, seinesgleichen sucht. Heute wird dieses Unternehmen von den Brüdern Jérôme und Lilian Tesantier geführt. Jérôme Tesantier hat neben dem Cognac eine zweite Leidenschaft und die gilt dem Rum. Also dachte er sich seinerzeit, warum nicht meine Erfahrung, den fast fanatischen Qualitätssinn, mit einer neuen Welt, also die des Rums kombinieren. Und so schaffen sie es auch Rum komplett neu zu definieren, grenzenlos sozusagen. Denn sie sind die Macher hinter der Rum-Serie Cesson, zu deutsch die Jahreszeiten. Und aus dieser Serie mag ich besonders, aufgrund seiner Strahlkraft, seiner Frische, seiner Saftigkeit, seiner Lebendigkeit, den Pale. Und Cesson ist einer der außergewöhnlichsten Rums weltweit. Warum? Weil hier die Kunst des Brennens und des perfekten Familiens, was die Kernkompetenz der Familie Tesantier ist, vereint wird. Jérôme hat gemerkt, dass sein Fachwissen über die Vermischung zwischen Reifetechniken, auch beim Rum, zu einem höchst außergewöhnlichen Ergebnis führen kann. Cesson war der Arbeitstitel. Und wie bei den verschiedenen Jahreszeiten unterteilt sich die Rum-Produktion auch in vier verschiedene Etappen. Die Entstehung, die Reifung, der Verschnitt und die Veredelung. Jede dieser Etappen folgt und ergänzt die vorhergehende. Es ist im Prinzip wie bei den Jahreszeiten. Dieser innovative, aufeinander aufbauende Ansatz bringt einen besonderen Rum mit dem Namen Cesson hervor. Alles beginnt im Prinzip mit der Verkostung, der Analyse und der Bewertung von Rumsorten aus verschiedenen Quellen. Und letztlich einer Mischung aus der traditionellen französischen und der britischen Methode. Es beginnt mit dem Ursprung. Und schon hier geht man neue Wege. Die Wege der Vermehlung. Denn für den Rum Cesson Peel werden sorgfältig ausgewählte Destillate von drei unterschiedlichen Karibikinseln verwendet. 60% stammen aus Trinitat, 20% aus Barbados und 20% aus Jamaika. Der Masterblender hat das Ziel, die typischen Eigenschaften dieser Region in eine perfekte Balance zu bringen und in ihr zu vereinen. Während trotz allem die unterschiedlichen Gegebenheiten und Geschmacksprofile der einzelnen Herkunftsländer perfekt betont werden. Vier Jahreszeiten. Es beginnt mit der Destillation. Die ungelagerten Rumsorten werden nach traditionellen Verfahren destilliert. Dabei kombiniert man im Blend die Intensität und den Reichtum der Potstil-Distillation von Melasse mit den Feinheiten und der Leichtigkeit der Kolonnen-Distillation von Zuckerrohr. Dem britischen Stil, bei dem Rum aus Zuckerrohr-Melasse produziert, ursprünglich doppelt auf Potstil mit Retorten destilliert, wird kombiniert man mit dem französischen Stil. Unter dem französischen Stil versteht man im Allgemeinen einen Rum, der direkt aus Zuckerrohrsaft, also nicht aus Melasse hergestellt wird. Doch wie kam das? Als die Nachfrage nach karibischen Zuckerrohr aufgrund wirtschaftlicher und politischer Faktoren im 19. Jahrhundert langsam zurückging, mussten die Landwirte eine neue Verwendung für ihre Ernte finden und begannen, Rum direkt aus Zuckerrohrsaft herzustellen. Verschiedene Zuckerrohrsorten, die auf unterschiedlichen Böden wachsen, erzeugen tiroirbedingte Unterschiede. Zuckerrohrsaft-Rums können sehr individuell und charaktervoll sein, meistens umschrieben mit frisch, grasig und trestrig. Gefolgt wird die Destillation von Blending. Die ausgewählten Rums reisen anschließend nach Frankreich, wo der Kognak-Meister Jérôme Tessentier sie küvitiert. Mithilfe bewährter Kognak-Techniken triebt er eine harmonische Komposition an, die die floralen, fruchtigen und würzigen Aromen der verschiedenen Inselterroirs miteinander verbindet. Der letzte Arbeitsschritt ist das Finishing. Die fertige Blend ruht für drei Monate in französischen Eichenfässern an den Ufern der Charente. Dieser abschließende Schritt verleiht dem frischen, fruchtigen und blumigen Rum eine angenehme Rundheit und Weichheit. Der Rum wird dann schrittweise auf 40 Volumenprozent Alkoholgehalt reduziert, ohne, was enorm wichtig ist, die Zugabe von Zucker. Und das schmeckt man. Der Rum Saison Peer besticht durch fruchtige Aromen mit ganz leichten Noten von flammierter Banane und Vanille. Gefolgt von einem honigartigen Abgang. Dieser frische und authentische Rum eignet sich perfekt zur Herstellung ganz besonderer Cocktailkreationen, verleiht ihnen Tiefe und Komplexität oder eben auch für den ganz puristischen Genuss. Sehr gerne empfehle ich auch, den Rum möglichst nicht bei 28 Grad Raumtemperatur, auch wenn man das im karibischen Raum so macht, sondern ihn bei 16 bis 18 Grad zu genießen, um die Feinfruchtigkeit und die Frische in diesem Rum zu betonen. Und zu gerne solltet auch das Glas, in dem dieser Rum serviert wird, wenn man ihn dann pur genießen möchte, nicht zu klein sein, denn dieser Rum kann Volumen vertragen. Eine großartige Rum-Idee. Vielen Dank der Familie Tessentier für diesen hochkreativen Ansatz und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Aber so entwickelt sich's dann doch. Und jeder, mit dem man so zu tun hat, von dem kann man ja dann immer doch nochmal was lernen. Und jetzt, wenn ich mit dir einen Wein verkoste, betrachtest du den ja auch wieder anders als ich oder als der Nächste. Also ich finde immer, wenn du mit unterschiedlichen Leuten einen Wein verkostest, kannst du irgendwo was mitnehmen. Also es war für mich mal ganz wichtig, und zwar für mich, die größten Lehrmeister waren die Gäste. Wenn die die Weine beschrieben haben, dann wird man, weil die ja oftmals gar nicht so dieser Freak-Nummer unterwegs sind, sondern einfach aus ihrer geschmacklichen Leidenschaft. Und wenn die gesagt haben, ich empfinde den so oder empfinde den so, hat das so mein eigenes Spektrum über meine eigene Geschmackswelt oder Betrachtungsweise von diesem Wein unfassbar erweitert. Und es war für mich immer ganz wichtig, da immer weiter zuzuhören und nicht nur zu senden, sondern auch zu empfangen. Ja, ich finde es ungemein wichtig, auch so ein bisschen das Vokabular der Gäste, sage ich mal, sich anzueignen. Weil die natürlich, wie du sagst, den Wein anders beschreiben. Und dann kannst du natürlich auch anders empfehlen, ne? Weil wenn ich jetzt mit Fachbegriffen um mich werfe und mit Mineralik und Co., dann wird es natürlich für manche schwierig. Wenn du natürlich das in deren Sprache irgendwo machst, dann ist es für die einfacher verständlich. Und ich glaube, dann findest du auch einfacher den Wein für die, ne? Was ja dann auch der Reiz des Arbeitstages ist, wenn man sich individuell auf die einzelnen Gäste einstellen kann. Ja. Und nicht so den Standard für alle irgendwie so durchkaut, sondern das so ein bisschen spiegelt. Wirst du ja sicherlich in der Weinbar auch gehabt haben, dass da andere Gäste gekommen sind, wie wo du noch in den Sternen unterwegs warst, ne? Oder würdest du sagen, der Kundenstamm war eher der gleiche? Ne, eigentlich, also unser Vorteil, und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei euch genauso, oder mein größtes Ziel war, alle da zu haben. Also alle Altersklassen von 17 bis 60 oder bis 70, alle Gehaltsklassen, also vom Bentley-Fahrer zum Dutchia- oder Skoda-Fahrer und alle auch Interessensbereiche. Also von dem, der, keine Ahnung, bei der letzten Einschulung irgendeinen schrecklichen Sekt getrunken hat, bis zu dem, der dann irgendwelche großen Bugunder getrunken hat. Und das ist uns glücklicherweise gelungen. Ich glaube, das ist bei euch auch durchaus ein Thema. Also es ist ein gewisses Happening ist für alle, bei euch mal irgendwie auf ein Glas oder auf einen Teller reinzukommen und da egal, wer oder was man ist oder welche Erfahrungen man hat. Ja, ich finde, das macht gerade den Reiz aus irgendwo, oder? Bei uns hast du jemanden, der kommt rein, isst ein Törtchen und trinkt ein Espresso dazu und am Nachbartisch sitzt aber jemand, der trinkt einen Wein von der Domendela Romaniconti und isst jetzt überspitzt gesagt eine Dose Kaviar, also von bis. Und das finde ich, also gerade bei uns macht so den Reiz irgendwo aus, dass du alles hast irgendwo. Kommen bei euch auch viele Reihen kaufen Wein? Ja, doch, aber ist jetzt nicht die, es kommt ab und an mal vor, aber jetzt nicht in der Masse. Als Geschenk auch dann? Also dass Weine als Geschenk gekauft werden? Ja, doch, also vor allem Portwein. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja bei euch Grundnahrungsmittel. Ja, also Portwein wird immer, wird sehr, sehr viel mitgenommen. Gerade die Leute, sage ich mal, die vielleicht da noch nicht so drin sind und du schenkst denen ein Glas 20 years old von Grahams ein. Ja. Das ist schon so der Mitnahme-Klassiker, sage ich mal, gell? Sehr cool. Wenn jemand reinkommt, ein Geschenk haben möchte, worauf achtest du? Also ist deine Beratung dann anders als beim Gast am Tisch? Und was ist da wichtig? Naja, der Unterschied ist ja, glaube ich, der, dass der Gast, der im Restaurant für sich selber bestellt und der, der schenkt, ja, den Geschmack von dem Beschenkten erst mal irgendwo beschreiben muss oder wissen muss. Deswegen, wahrscheinlich ist da die Beratung doch eine andere, doch. Wie kriegst du das raus? Also wie tastest du dich daran? Hast du da ein Schema, wo du sagst? Ja, ich finde natürlich Budget, finde ich schon irgendwo wichtig zu wissen. Was ist ein gutes Budget für ein Geschenk? Gut, ihr auf Sylt tickt ein bisschen anders, also die Hälfte von dem für den Rest von Deutschland. Nee, du, was heißt gutes Budget? Also ich sage, ab 15 Euro kann man sehr, sehr gut arbeiten. Okay. Also da findet man auf jeden Fall was. Und Beispiel jetzt gerade, wir haben ja eine Hauskübe, nenne ich es mal, vom Michi Andres aus der Pfalz. Ja, aus Weißburgunder und Chardonnay. Das kostet 15 Euro, wenn du es bei uns mitnimmst und da machst du eigentlich jeden happy. Okay. Also damit kann man schon arbeiten. Oder mit 15 Euro, da kriegst du ja vielleicht auch schon mal einen Ortswein oder so. Also da kriegst du schon was Hochqualitatives hin. Sollte ein Geschenk immer einen gewissen Rahmen nicht überstreiten? Also wenn jetzt jemand DHC verschenken möchte, würdest du sagen, ach nö, du lass mal? Oder sagst du, wenn einem das wert ist, was kostet die Welt? Wenn er es ausgeben möchte, soll er es machen, oder? Ja, also war davon abgesehen, dass man die Weine ja leider eh nicht, oder was heißt, leider eh nicht, außer Haus. Ja, war jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber jetzt mal mit einem hochklassigen Burgunder. Wenn er jetzt sagt, eine Flasche Rousseau oder Co. und derjenige ist ein Burgunderliebhaber, warum denn nicht? Gibt es für dich selber Grenzen nach oben oder unten, wenn du Wein trinkst, geschenkt bekommst, dass du die aufmachst oder irgendwo im Restaurant bestellst? Ja, doch, auf jeden Fall. Wo sind die Grenzen? Auf jeden Fall gibt es Grenzen. Also nach unten gibt es auf jeden Fall, also unter 50 im Restaurant passiert eher selten. Und nach oben natürlich ist man ja limitiert. Durchs eigene Budget. Man ist ja jetzt auch kein Großverdiener irgendwo. Ja. Aber ab und an leistet man sich natürlich mal was, aber eher selten über 500. Okay. Eher unter 500. Also über 500, da muss es schon was sein, was einen sehr reizt, oder genau. Sammelst du Wein? Was heißt, ja, also nicht im großen Stil. So ein bisschen, ein bisschen was ist da, ein bisschen was legt man weg. Aber da fehlt einem dann auch der Platz. Ja. Ja. Auch das Problem. Die Kellersituation auf Sylt ist nicht ganz so ideal, ne? Das stimmt, das stimmt. Ich meine, ich habe daheim einen Chambrer stillen, der ist immer gut gefüllt. Ja. Und bei meinen Eltern im Bayerischen Wald ist auch ein kleiner Stock. Mhm. Gibt es da bestimmte Weingüter, wo du sagst, die möchte ich fürs Alter weglegen oder da weiß ich, die explodieren irgendwann nach fünf Jahren so in den Preisen, die würde ich gerne jetzt schon oder hast du da deine Leuchtsterne-Fixpunkte? Julian Hart kommt eigentlich jedes Jahr die Subskription. Ja. Das kommt halt. Und dann daneben halt links, rechts immer so ein bisschen. Mhm. Ja. Also könnte ich jetzt nicht sagen, dass man jetzt von einem Weingut ausschließlich sammelt oder weglegt. Vom Roland wähle ich vielleicht immer mal noch ein bisschen was. Mhm. Aber ansonsten ist es eher immer eine Mischung, dass man einfach mal ein paar Weine immer mal gereifter hat. Mhm. Ja. Gab es für dich den Wein deines Lebens, wo du gesagt hast, wow, mindblowing? Boah, da gab es viele positive Erlebnisse, aber jetzt den einen Wein hätte ich jetzt nicht. Aber habe ich eher immer wieder mal, dass man sagt, oh, mindblowing, ne? Ja. Gestern beispielsweise im Restaurant ein 87er-Rotes-Tor-Kabinett vom Hirtsberger. 87? Ja. Das war ja nicht unbedingt das größte Jahr in der Welt. Nee, nee, aber top Wein auf jeden Fall. Wow, cool. Und vor allem, wenn man das in der Reife, also es war eine perfekt gelagerte Flasche. Ja. Wenn man sowas mal nochmal irgendwie im Glas haben kann, dann finde ich, ist das schon auch immer mindblowing. Auch wenn es jetzt vielleicht kein 100-Punkte-Wein ist, aber, ja. Habt ihr die im Verkauf bei euch? Also habt ihr die im eigenen Stock? Ja, ich hatte ein paar gereifte Wachauer jetzt über Trinkgreif in Wien, was man sehr empfehlen kann, bekommen. Genau. Ja, ich habe wieder ein bisschen die Liebe zu Wachau entdeckt eigentlich. Gerade so zu den gereiften Sachen. Das taugt mir schon sehr, sehr gut, so alles so aus den 90ern und so, das macht schon richtig viel Spaß. Finde ich auch und sind teilweise trotz des Image oftmals unterschätzt. Also auch jenseits der großen Namen. Welche Weinregion ist sonst unterschätzt? Hast du da irgendwas oder irgendeine Weinart? Unterschätzt, unterschätzt, gute Frage. Ich glaube nach wie vor so diese ganzen Ostblock-Geschichten sind noch unterschätzt. Hast du da mal was probiert, was dich begeistert hat? Also was ich richtig, richtig abfeiere, ist Wiener Smora aus Kroatien. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Dann Wiener Groß finde ich super. Ich liebe Formant. Also die ganzen Geschichten aus Tokaj. Das ist ja eigentlich auch, wenn du sagst, das ist klar, in unserer Bubble ist es vorhanden, aber eigentlich ist es schon unterschätzt, wenn du es jetzt mal im Allgemeinen betrachtest, oder? Auch im edelsüßen Bereich. Total, die Lebensfähigkeit, dieses wahnsinnige Preis-Leistungs-Verhältnis, was du hast. Und was ich auch immer wichtig finde, es ist so einfach zu verstehen. Also du, keine Ahnung, nimmst du ein halbes DIN-A4-Blatt, liest die Regeln durch, hast den Wein verstanden. Und dann kannst du gleich anfangen, da freaky in die Sache reinzugehen und musst dann nicht die gesamte Klaviatur der Weingesetze lernen. Und das macht es manchmal so einfach. Und dann kannst du selber ein Gefühl auch für die Weine aufbauen. Ja, stimmt. Ungarn, Türkei, Gaia. Ja, das auf jeden Fall. Auch Kroatien, was du erwähnt hast, finde ich richtig extrem spannende Sachen. Kaum auf dem Markt, kaum in Restaurants. Und wollte ich gerade sagen, es braucht ja immer auch, sage ich mal, erst mal die Händler irgendwo, die einen das erst mal irgendwo beschaffen oder auf dem Schirm bringen. Also die Händler darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, weil selber könnte man ja die ganz, ganz viele großartige Entdeckungen gar nicht machen. Hast du eine Wein-Speisen-Kombination mal gehabt, wo dir die Sinne schwanden, wo du von Sinnen warst? Ja. Was ich da mal richtig, richtig verrückt fand, war, da waren wir in Wien im Nobel-Savage, hieß oder heißt der Laden, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Und da gab es so Schrimps mit Nadashi. Ja. In so einem Dashi-South. Und dazu hatten wir aus Andalusien von der Bodega Cota 45 diesen Ube Mira Flors. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Leider nicht. Und das ist eigentlich ein trockener, ein trockener Weißwein, aber unter Florehefe. Ja. Und das hat sich zusammen im Gaumen, also das ist so explodiert. Und da ist so eine Aromenvielfalt frei geworden. Also das fand ich mal richtig verrückt. Ja, doch, das vielleicht. Den habe ich probieren dürfen beim Yannick Schumann im Herder 10 in Freiberg. Ja. Daher fiel mir gerade ein und ein total schräger Wein und trotzdem sehr faszinierend, sehr trinkig und sehr charaktervoll. Ja. Und das mit dieser Schrimp-Dashi-Kombination stelle ich mir total verrückt vor. Ja. Cool. Aber ich finde so einfache Kombinationen finde ich auch immer ganz cool. Also es muss jetzt auch nicht immer überkomplex sein. Zum Beispiel? Ach, ein schönes Stück Fleisch vom Grill und ein vernünftiger Rote dazu. Oder was ich auch liebe, wenn du im Piedmont bist und eine Trüffelpasta und ein ordentlicher Barolo, dann das ist schon perfekt. Irre, ja. Wenn du da in irgendeinem Restaurant sitzt. Das finde ich schon grandios. Nach dem Jahr im Weingut, was du verbracht hast, wolltest du selber Winzer werden? Konntest du dir das vorstellen oder war das kein Thema? Ja, schon vorstellen. Aber wenn man dann natürlich die ganze Arbeit sieht und dann brauchst du ja nochmal ganz anderes Knowledge, ne? Ja. Also einen vernünftigen Wein würde, oder einen trinkbaren Wein würde man ja wahrscheinlich schon hinkriegen. Aber dann, dass es zur Größe reicht, da musst du natürlich schon nochmal anders in der Materie unterwegs sein. Findest du Winzer arbeiten noch mehr als Gastronomen? Kommt wahrscheinlich auf den Winzer und auf den Gastronomen drauf an, ne? Aber im Generellen? Aber im Generellen, ich glaube, die, die im High-End unterwegs sind, glaube ich, ist das Arbeitspensum vielleicht ein ähnliches. Ja, das finde ich auch. Also das hätte ich auch gesagt, weil du teilweise auch die gleiche Komplexität in den Aufgaben hast und ein totales Multitalent sein muss, gerade wenn du ein kleiner Betrieb bist. Also den ganzen Marketingkram, den Verkaufskram, den Produktionskram und das alles, alles mehr oder weniger selber machen musst. Und ich finde, da sind sehr viele Parallelen gegeben. Wahrscheinlich verstehen die beiden sich deswegen auch. Wo wäre dein Weingut, wenn du dich denn doch für das Thema Arbeit und Weingut entschieden hättest? Was wäre für dich eine Traumregion? Vielleicht, vielleicht im Burgenland. Okay. Könnte ich mir vielleicht vorstellen. Welcher Teil vom Burgenland? Also Eisenberg finde ich schon sehr, sehr spannend. Auch schön. Einfach das Terroir. Ja. Ich finde aber auch oben am Neusiedlersee, das finde ich auch schon ganz cool mit der Weite und so in den panonischen Raum da rein. Also das hat schon auch was. Ja. Ja. Und ich mag halt Blaufränkisch gern. Also deshalb wäre es das vielleicht. Oder was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre vielleicht auch Beaujolais. Mhm. Auch interessant, ja. Finde ich auch eine ganz, ganz grandiose Rebsorte und da gibt es so viel guten Wein für so einen schmalen Taler. Ist teilweise erstaunlich und die werden selten gereift getrunken und ich finde, da kommt die Größe so richtig zum Tragen. Wollte ich gerade sagen. Und diese präzise Fokussiertheit in der Entwicklungstextur, das finde ich, ja. Und witzigerweise wird es in der Reife, finde ich, dann den Burgundern dann doch sehr, sehr ähnlich, teils, gell? Ja. Also es spricht auch so den gleichen Gaumen an. Also du kannst viele Burgundertrinker mit einem Beaujolais total überzeugen und überraschen. Und, ähm, finde ich, ja. Total, komplett unterschätzt. Unterschätzte Region. Ist auch eine unterschätzte Region. Ja. Die unter dem leidet, dass das Image halt so, so grottig ist und die Winzer sind teilweise so unfassbar potent und so traditionsbewusst und einfach großartig. Ja. Findest du, es gibt was, ähm, was dem Wein nahe kommt? Also gibt es irgendein Getränk, was man mit Wein vergleichen kann? Gute Frage. Ich glaube jetzt so in der, in der, in der Komplexität vielleicht irgendwo Tee. Mhm. Hast du selber die Erlebnisse auch schon gemacht, oder? Ja, also ich habe, ich habe in der Ausbildung mit einem, mit einem Tee-Sommelier zusammen, also im Mitarbeiterhaus gewohnt. Ja. Und in der Teildienstpause haben wir immer, äh, ja, Tee von A bis Z durchprobiert. Also, da gab es schon auch ein paar spannende Erlebnisse. Ja. Gerade so, wenn es dann zum, äh, Giorcouros oder sowas geht, das finde ich dann schon sehr, sehr spannend. Mhm. Wobei, da fehlt mir jetzt die Zeit, dass ich da ja so richtig mal in die Tiefe einsteigen könnte. Was aber durchaus ein Ziel sein kann. Also, ja. Das finde ich gar nicht so unangenehm. Aber so ein guter Giorcouros, das hat schon so eine Ähnlichkeit mit einem, mit einem großen Burgunder, ne? Ja. Umami, Länge, Tiefe, Komplexität. Man bespricht den Tee auch ganz selten so in der Form, wie wir Wein besprechen oder sehen oder betrachten. Und manchmal ist es vielleicht so auch der Mangel daran, also es gibt ja manchmal die Situation, dass man manchen Weintrinkern vorwirft, ähm, sie würden dieses Getränk Wein nicht ernst genug nehmen oder nicht ernst genug betrachten oder sonstiges. Aber vielen geht es ja bei anderen Getränken genauso, beim Tee oder, dass die, ähm, einfach nur trinken und nicht nachdenken, nachschmecken, sich damit auseinandersetzen. Man muss nicht immer eine riesen, eine riesen Wissenschaft draus machen, aber manchmal ist es vielleicht gar nicht so, so verkehrt. Ja, das stimmt schon. Was wärst du aus der Sommee? Boah, das ist eine, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung, ich kann es ja eigentlich nicht sagen, also ich fühle mich schon sehr, sehr wohl in meinem Beruf oder allgemein in der Gastronomie. Deswegen, ja, vielleicht Bäcker oder sowas könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Aber jetzt, dass ich sagen würde, es gäbe noch was irgendwie daneben, was mich jucken würde oder was ich mir vorstellen könnte, eher schwierig. Ja. Also da fühle ich mich schon sehr, sehr wohl. Also Gastro durch und durch. Doch, das passt auf jeden Fall. Ja, vielleicht Koch. Genau, so, auch Gastro. Aber finde ich auch interessant, also wenn man sich mit dem Beruf identifizieren kann, wenn man dann in diese andere Welt noch mit rein und in eine andere Empathie auch für die Kollegen aufbauen kann. Hast du einen Ausgleich? Hast du irgendwas, warst du auf Siltsurfen? Ja, das habe ich leider noch nicht angefangen. Was heißt, ja, also ich habe jetzt wieder so ein bisschen angefangen laufen zu gehen und ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel Zeit für Ausgleich da. Also mal ein gutes Buch oder sowas, das ist schon Ausgleich, finde ich. Oder halt wirklich, weißt du, wenn du, muss man ja wirklich sagen, die Natur hier oben ist ja wirklich so schön, wenn du da am freien Tag mit dem Rad ein bisschen umherfährst oder ans Strand gehst, das, da wirst du schon wieder auf Null gesetzt, so ungefähr. Ja, finde ich auch. Also schon ganz schön viel wert, ja. Das ist ein Geschenk, also dort in so einer Umgebung zu wohnen, gut, ich meine, jede Landschaft hat irgendwas oder die meisten haben irgendwas, aber dort ist es ein doppeltes Geschenk, also das kann ich mehr als nachvollziehen. Ja, ich brauche, von mir brauche ich drei Minuten zum Strand, ne. Das ist ja schrecklich. Ja, so groß, also zweimal umfallen, dann bist du im Wasser so ungefähr. Sehr cool. Hast du einen Weinladen, der dich mal richtig abgeholt hat? Also, was ich schon immer richtig schön fand, war in der Fischer-Klausel. Ja. Das war schon immer schön mit dem Gerhard, der hat sich ja auch immer gut Zeit genommen. Ja. Und da weiß ich noch kurze Anekdote, da sind wir mal, haben wir wirklich viel gearbeitet und dann sind wir, in der Saison hat man dann einen Tag frei, das war noch in der Söringhof-Zeit. Mhm. Und dann bin ich mit einem Kollege aus dem Söringhof, sind wir hingefahren und haben gesagt, jetzt trinken wir mal einen G-Max so ungefähr, jetzt leistet man uns mal, gell? Mhm. Mhm. Und dann haben wir den G-Max aufgemacht und deswegen muss ich auch sagen, ist der Gerhard auch ein unglaubliches Vorbild und dem habe ich auch viel zu verdanken. Und dann hat er blind FX-Pichler unendlich daneben gestellt und das war ein ganz, 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 ganz cooler Tag, doch, doch. Okay. Und mit der Seeterrasse und so und das hat mir schon immer sehr gut gefallen. Was war deine Erkenntnis aus dem Vergleich, unendlich und G-Max? Boah, schwierig. Zu der Zeit war es ja auch schon so, dass der, dass der, der Unendliche, der hat ja auch Modritis und so. Mhm. Ähm, ja, wenn man dann solche Weine trinkt, manchmal ist man dann nicht so komplett geflasht, ne? Ja? Ja. Das war vielleicht so die, die Erkenntnis. Ähm, aber es sind beides große Weine auf jeden Fall, aber komplett unterschiedlich. Ja. Das auf jeden Fall hat man mitgenommen, also, dass man sie eigentlich nicht miteinander vergleichen kann. Ich finde die, diese Weine haben, oder diese Weine kann man richtig genießen, wenn man sie nicht bewertet. Ja, genau. Weil die Weine einen irgendwo anders, anders berühren, als es andere Weine tun. Und was bei solchen Weinen oftmals für mich auch signifikant ist, ist, ähm, eine gewisse Trinkfreude, eine gewisse Lebendigkeit, eine Vitalität. Ja. Und dass, dass sie nicht dieses... Ja, sie sind nicht sättigend, finde ich. Ja, genau, genau. Ja. Ich finde, großer Wein darf nicht sättigend sein, eigentlich. Ja. Ja. Aber das... Aber ansonsten, Weinläden, ach, gibt's, gibt's ein paar. Ich finde auch so in Frankreich, in Frankreich teilt's auch so diese unscheinbaren Weinbars. Mhm. Das, finde ich, sind eigentlich immer die großartigsten Weinerlebnisse. Ja, ja. Ähm, wenn du da sitzt und in Frankreich, die leben's irgendwie nochmal anders, habe ich immer das Gefühl, ähm, oder auch in Italien, da ist irgendwie die Kulinarik nochmal irgendwie hat da einen anderen Stellenwert. Ja. Wenn du da irgendwie ganz einfache Chakoterie oder ganz einfache, äh, gute Wurst aufgeschnitten oder Käse und ein guter, solider Wein dazu und fertig ist das Glück, so ungefähr. Mhm. Mhm. Also es wird sowohl von, von Genießerseite als auch von gastronomischer Seite ganz anders gelebt. In einer anderen Selbstverständlichkeit. Ja. Es wird weniger ein Tamtam drum gemacht, sondern man macht es einfach und genießt es einfach und es hat eine ganz eigene Wertigkeit. Ja, und ich glaube auch in der Breite ist, ist teils eine andere, ja, Leidenschaft für Genuss da. Ja. Oder für Kulinarik. Es ist selbstverständlicher irgendwie in den Ländern. Ja. Aber das kriegen wir irgendwie nicht hin. Aber das kriegen wir irgendwie nicht hin. Ja. Wenn man hört, dass eine der innovativsten und zeitgeistigsten Weinmarken in Schweden zu verorten ist, wäre das früher undenkbar. Mittlerweile überrascht das einige intuitiv, aber mit Zweifeln würde das keiner mehr. Und Wein wird dort mehr und mehr ein richtig großes Thema. Ja, Skandinavien ist in. Und in sind auch alkoholfreie Alternativen, nur gibt es davon noch viel zu wenig richtig gute. Eines der ohne Frage außergewöhnlichsten kommt aus dem Hause Oddbird aus Schweden. Oddbird bedeutet schräger Vogel und gilt als absoluter Game Changer, der seinen eigenen Weg geht und eine Hommage an alle schrägen Föder. Die sich schlichtweg nicht an Konventionen halten. Oddbird ist heute der größte Hersteller von alkoholfreien Wein und Bier in Skandinavien. Also, obgleich es hier um einen Weinabfüller geht, geht es nicht um Weinbau. Denn Moa Girbüser, Gründerin und CEO von Oddbird, lebt in Schweden und innoviert innovative und mehr dessen zeitgemäße Weinherstellung pur. Die Trauben stammen aus Frankreich und Italien und werden in optimaler physiologischer Reife gelesen, um den einzigartigen Geschmack und die Qualität der Produkte zu gewährleisten. Die Grundweine reifen bis zu zwölf Monaten und werden anschließend durch Vakuum-Distillation bei 30 Grad entalkoholisiert. Ein eigenes patentiertes Verfahren nutzt man für die Aromrückgewinnung, sodass das finale alkoholfreie Produkt weder Zusatzstoffe, keine künstlichen Farbstoffe oder Aromen enthält. Oddbird wurde 2013 von Moa Girbüser gegründet. Moa ist eine ehemalige Familientherapeutin und Sozialarbeiterin mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung. Sie arbeitete hauptsächlich mit alkoholbedingten Familienproblemen und sah aus erster Hand die schädlichen Auswirkungen von Alkohol auf unsere Gesellschaft und sehr viele Familien. Sie war erstaunt darüber, wie viele dieser Probleme immer wieder auftraten und erkannte, dass eine strukturelle Veränderung einfach notwendig war. Sie gründete Oddbird mit der Vision, die Alkoholnorm der Gesellschaft zu hinterfragen und zu verändern, indem sie erstklassige Getränke kreierte und diese vom Alkohol befreite. Und sie wollte, dass die Frage, möchten Sie Ihren Wein mit oder ohne Alkohol so selbstverständlich wird, wie die Frage, ob man seinen Kaffee mit oder ohne Milch genießen möchte. Ihre Mission war es, nicht nur ein Unternehmen zu gründen, sondern auch eine soziale Bewegung zu initiieren. Sie wollte die Trinkkultur komplett verändern und einfach alkoholfreie Optionen zum Mainstream machen. Diese Vision fand viel Anklang und führte zu bedeutenden Meilensteinen, wie ein Wachstum der Nachfrage nach alkoholfreiem Wein um 500% bei System Buller Get, Schwedens Monopolhändler für Getränke. Ein weiterer der wichtigsten Wendepunkte kam 2016, als König Karl XVI Gustav von Schweden Moor ein Entrepreneurship Award überreichte. Diese Anerkennung, Sumo, hat unsere Glaubwürdigkeit erheblich gestärkt und unsere Expansion auf internationale Märkte wesentlich unterstützt. Plötzlich begannen die Leute über unsere Marke und über unsere Mission zu sprechen. Der Gewinn dieser Auszeichnung war wirklich eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg waren. Und egal in welchem Bereich, dieses Unternehmen denkt immer einen Schritt weiter und legt zum Beispiel Wert auf Umweltverantwortung, um seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Nachhaltigkeit in der Weinproduktion zu verbessern. Moors Engagement für Qualität und Nachhaltigkeit stellt sicher, dass die Produktion von Oddbird den höchsten Standards entspreche und gleichzeitig einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leistet. Für Oddbird ist die Schaffung erstklassiger Weine ohne Alkohol mehr als ein Ziel. Es ist eine Kunstform. Ja, Oddbird ist weiterhin unfassbar innovativ und verschiebt die Grenze für das, was im alkoholfreien Bereich möglich ist. Um ein Beispiel zu nennen, war Oddbird der erste in der Welt, der alkoholfreien Natural Wein mit Trauben aus den besten Weinbergen im Elsass produzierte. Was mich besonders in diesem Haus begeistert hat, war der Spumante. Ein mehr als besonderes Produkt. Nicht zuletzt, da bei diesem konsequent und bedingungslos Qualität gelebt wird, was man schmeckt. Und das, das wissen wir alle, ist mehr als die Grundlage. Selbst in der Küche oder auch bei der Barkultur sagt man, dass ein Gericht nur so gut sein kann, wie sein schlechtestes Produkt. Und so setzt man bei Oddbird schon bei der Traubenauswahl auf konsequente Qualität. Denn man sollte nicht vergessen, dass dem dann später entstandenen alkoholfreien Wein nicht nur ein wesentlicher Geschmacksträger, sondern auch mehr als ein Zehntel seiner Identität genommen wurde, was man ausschließlich durch Qualität ausgleichen kann. Schwedens erster und einziger Sekt, der vom Alkohol regelrecht befreit wurde, ist der Spumante Glera. Dieser Spumante hat seinen Ursprung in der italienischen Provinz Treviso in Venezien. Der Spumante wird zu 100% aus der Glera-Traube hergestellt, die ausschließlich aus renommierten DOC und DOCG Weinbergen geliefert wird. Der fertige Wein reicht für 12 Monate im Edelstahl, bevor ihm der Alkohol entzogen wird, damit dieser frische Charakter Spumante erhalten bleibt. Und frische ist wohl das Kernthema dieser Spumante und lässt ihn so wunderbar eigenständig dastehen. Und anders als viele andere alkoholfreie Sektkollegen hat er nicht diese Muffigkeit, hat er nicht dieses Motrige, sondern lebt aus einer ganz klaren, brillanten Geschmackstypizität heraus. Er erinnert mit seiner Aromatik an Nassbüren, Holunderblüte, wenig Crabfruit und hat, und das macht ihn so besonders, ein ganz eigenes Geschmacksprofil. Also man hat eine richtige Geschmackserfüllung, was man extrem selten bei alkoholfreien Produkten findet. Eine sagenhafte Kombination aus Cremigkeit und Frische, Frucht und Würze, Hefigkeit und zarten, floralen Noten. Toll, dass diesem alkoholfreien Wein der Schaumweinkharakter erhalten blieb. Und man nicht dieses brausige Gefühl, wie bei einigen anderen Produkten hat. Und wenn man ihn so richtig unter Beweis stellen möchte, wenn man ihn so richtig entdecken möchte, kann ich empfehlen, sich zwei Gläschen einzuschenken und eines der beiden Gläser mit einem Deckel zu verschließen. Fünf Minuten zu warten und dann die komplette Aromenfülle regelrecht in sich aufzusaugen. Dann erkennt man die Klarheit, die Puristik und die Aromenfülle in diesem Schaumwein von Otbert. Und erlebt, zu welchen Leistungen selbst die Klärertraube oder gerade die Klärertraube in der Lage ist. Vielen Dank für diese tolle Alternative und vielen Dank dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Hast du mal ein richtig krasses Sommelier-Erlebnis erleben dürfen oder dem beiwohnen dürfen oder selber erlebt? Also was richtig Schönes oder was richtig Schreckliches? Meinst du jetzt aus meiner Sicht oder? Gerne aus deiner Sicht. Oder aus der Sicht des Gastes. Gerne aus deiner Sicht. Also für mich sind, also ich habe so ein schreckliches Sommelier-Erlebnis habe ich eigentlich nicht, muss ich sagen. Ja. Oder vielleicht auch noch nicht. Aber ich finde das schon immer grandios, wenn du dankbare Gäste hast, die sich halt doppelt und dreifach bedanken, wo man sich denkt, ja okay, ich habe dir ja eigentlich nur eine Flasche Wein aufgemacht, überspitzt gesagt. Aber die dann auch irgendwie für einen selber dann Flaschen aufmachen. Also da habe ich schon grandiose Erlebnisse gehabt und habe auch vielen Leuten ganz viel zu verdanken. Die auch mal gesagt haben, ja komm mal bei uns daheim vorbei und dann machen wir mal was auf, so ungefähr. Und dann reißen die da für einen die Flaschen auf, wo man sich denkt, ja das müsste ja alles gar nicht sein. Also das finde ich, macht den Beruf eigentlich auch so schön, dass du diese Dankbarkeit ganz viel hast von vielen Gästen. Was sehr bereichernd ist, ja. Dass man das auch live erleben kann. Also live, dass man in der Situation mit drin ist. Wenn du jetzt einen anderen Beruf hast, ein Dienstleister bist, sind die Leute ja meistens dann glücklich, wenn du sie nicht mehr siehst oder dann zufrieden oder dann dankbar. Und wir haben das ja, wie so ein Künstler auf der Bühne, kriegen wir direkt Applaus und das trägt sich dann über viele, nicht nur Tage oder Wochen, sondern Jahre oftmals. Wenn man die Leute mal wieder sieht, dass sie von dem Erlebnis damals berichten und da einfach ergriffen sind. Das berührt mich auch immer sehr und ganz besonders. Ja. Was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst? Oh Gott, gute Frage. Also irgendwann wäre ich vielleicht gern mal ein großer Barolo. Aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre vor mir. Ja, vielleicht tatsächlich irgendwie Garmel aus dem Beaujolais, weil es ja auch von bis geht. Also es gibt ja Garmels, die, sage ich mal, sehr trinkig, sehr unkompliziert, sehr easygoing sind. Aber es gibt ja auch welche, die dann sehr komplex sind. Also vielleicht Garmel, ja. Gibt es für dich eine Entwicklung in der Weinwelt, in der Weinszene, die dich gerade sehr begeistert? Ja, einige. Wobei ich sagen muss, was so in der Pfalz gerade passiert oder schon seit ein paar Jahren passiert, finde ich schon sehr, sehr verrückt. Oder finde ich Wahnsinn, was, also ein Seckinger, ein Scheuermann, ein anderes, ein Leiner, auch die Ringsbrüder. Also das, das ist ja eine Speerspitze, das kannst du neben die großen Weine der Welt stellen, ne? Und auch mit was für einer Dynamik. Und wenn du da bist in der Pfalz, wie die das einfach leben und der Zusammenhalt da zwischen den Jungen. Das finde ich schon, finde ich schon sehr, sehr krass. Ist aber auch schon eine neue Generation, oder? Also ohne, dass ich jetzt den Alteingesessenen, wie der Familie Werheim, Rebholz, Hausebürglin-Wolf, Christmann, etc. das absprechen möchte, oder die irgendwie als Gesetz bezeichnen möchte. Ich finde auch, da passiert sehr viel Innovatives. Aber wenn du gerade Seckinger, etc. ansprichst, dann ist das schon eine andere Denkweise, oder eine andere Herangehensweise, ein anderes Bewusstsein auch für Wein. Ja. Ja, wobei, man muss schon auch dazu sagen, ich finde es schon auch echt verrückt, ne? Ein Weingut wie Christmann, was die da aus dem Pinot Noir jetzt rausholen, ne? Ja. Wahnsinn. Oder auch das ganze Sektprojekt mit Mathieu Kaufmann zusammen. Da passiert schon unheimlich viel. Sich nur zu erfinden, ja. Und nochmal neue Wege zu gehen, dann eben auch einen neuen, eigenen Weg auch für die Sophie dort zu finden, mit dem Rotwein, wie sie das interpretiert. Also großartig, bin ich sehr, sehr gerührt. Aber eben auch, weil wir es gerade angesprochen haben, dieser Generationswechsel, der schier unmöglich schien, aber so wunderbar bei Rebholz oder Werheim ergriffen wurde und weitergeführt wurde, was ja auch ganz viel mit Verantwortung zu tun hat. Weil ich glaube, man kann eine Sache immer neu erfinden und neu definieren, dass das manchmal einfacher ist, als so einen Weg weiterzuführen. Ja, das sehe ich fast auch so. Ja, einfach diese Beständigkeit bei den Weingütern oder ob es auch wirklich ein Wolf ist, ne? Das ist einfach so zeitlos. Also es sind ja mit die größten Weine, die jedes Jahr hier vorkommen. Und dann hast du aber dagegen halt in der Region einen Scheuermann oder einen Säckinger oder einen Andres, die halt, ja, auch abseits des Rieslings mit Chardonnay, finde ich, richtig Vollgas geben. Wie empfindest du die anders, die Weine? Also was macht die so anders? Kannst du das irgendwie, wenn du es dem Gast erklärst, beschreiben? Ja, es sind vielleicht ein Ticken individueller, vielleicht auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, wilder. Aber gut, es sind ja auch von jungen Leuten, also vielleicht merkt man das dann auch im Wein. Schmecken wilder? Also sind es wilde Aromen und keine so geglätten Aromen oder wie sieht man wilder? Ja, doch, wie du sagst vielleicht, ne? Ich glaube, der Schwefeleinsatz ist ein anderer und das Arbeiten ist vielleicht auch ein bisschen, teils auch am Jura vielleicht bei dem einen oder anderen inspiriert. Aber in wild natürlich meine ich positiv, ne? Ein bisschen, vielleicht funky wäre das bessere Wort. Ein bisschen mehr Funk, ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool, diese Vielfalt, ne? Ja, aber siehst du diese eben genannten Winzer in die gleiche Richtung arbeiten? Also wahrscheinlich ist das mangelndes Verständnis rings, würde ich da schon anders sehen als Säckinger. Ja, auf jeden Fall. Andere Richtung. Ich glaube, es ergänzt sich alles sehr gut. Also ich finde das eigentlich schön, dass da jeder so ein bisschen seine eigene Nische gefunden hat. Und die dann eigentlich irgendwo in einer Perfektion eigentlich ausführt, ne? Mhm. Kannst du die Falz dort noch erkennen? Ja, doch, würde ich schon sagen. Oder anders gefragt, ist für dich da bei den Weinen das schmeckbar, greifbare, ist es die Region oder ist es die Handschrift des Winzers oder die Rebsorte? Oder kann man das gar nicht so sagen? Das ist eine schwierige Frage. Ich finde, die Frage stellt sich ja dann doch irgendwo immer, wie viel ist Winzer, wie viel ist Terroir, ne? Natürlich ist ja die Falz geprägt durch die Handschrift der Winzer, die, sage ich mal, vor 20, 30 Jahren, wie in Bassermann, Jordan und Co., ne? Ja. Das geprägt haben. Und jetzt entsteht halt ein bisschen eine andere Handschrift, ne? Also in der ganzen Falz so, oder bei vielen Winzern, ne? Aber das ist noch Falz für dich. Doch, auf jeden Fall. Du würdest nur als Neuer... Ich finde es jetzt nicht zu versnobbt. Also ich finde es schon, die Weine sind ja immer sauber, die sind ja nie fehlerhaft. Also es ist ja alles wirklich sehr, sehr gut. Und doch, und ich glaube, das entwickelt sich ja auch alles. Das ist wie mit der ganzen Spätburgunder-Thematik, ne? Die sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Da schärft sich das Profil ja jetzt auch umso mehr. Ja. Und so ist es da, glaube ich, auch mit den Weinen, dass da halt gerade was am Entstehen ist. Und es kann ja auch, oder ich glaube, es ist auch so, dass auch die renommierten Betriebe vielleicht auch auf die Jungen schauen und sich auch ein bisschen da angespornt fühlen, auch dann ein bisschen was zu verändern, ne? Was ich in der Falz noch präsenter finde als in anderen Regionen, also als, keine Ahnung, an der Mosel, im Reingau, teilweise an der Nahe. Also ich finde, es entsteht dort wesentlich mehr Individualität in der Falz, was gar nicht wertend gemeint ist, sondern die Facetten des Möglichen darstellt und das damit unglaublich interessant macht. Meistens, finde ich, hat so eine Region ja so einen, wie so einen intuitiven, wie so einen Untergeschmack. Und das schaffen sowohl die einen als auch die anderen herauszuarbeiten und die Weine dann vertraut erscheinen zu lassen, obwohl sie ganz anders sind. Findest du, solche Winzer sollten besser zu gewohnten Rebsorten greifen oder sollten selbst diese gesamte Rebsortenwelt neu überdenken, neu definieren und neu angehen? Also ich finde, es sollten schon irgendwo traditionelle Rebsorten sein. Solange es möglich ist, ein Tempranillo aus der Pfalz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Aber wenn sich da jemand entscheidet, einen Chardonnay zu pflanzen, warum denn nicht? Also ich finde, das passt sehr, sehr gut zur Region oder auch Pinot Noir. Syrah? Genau. Ich hatte bisher noch keinen guten oder wüsste gerade auch keinen. Aber vom Knipser, den finde ich nicht schlecht. Ach stimmt, Knipser, ja, hast du recht. Der ist also durchaus interessant. Ich habe den Syrah zugeschickt. Ja, stimmt. Den finde ich insofern interessant, weil ich finde, dass das eine Art von Wein ist, die ein unfassbares Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und das finde ich kann Frankreich ganz, ganz extrem. Also Weine zu produzieren, die eine Klasse in sich selber haben. Und trotz allem schon eigentlich günstig für die Qualität sind. Ja, definitiv. Ich finde, du kannst in Frankreich halt, wenn du ein bisschen links und rechts schaust, neben den großen Namen wirklich richtige Preis-Leistungs-Knaller finden auch. So war auch noch im Burgund. Ja, auch im Burgund, was eben immer als teuer gescholten wird. Aber man braucht aus der Region rausgehen und unbekanntere Produzenten teilweise probieren. Oder neue Projekte. Und da ist das dann teilweise spannend, was man dort entdeckt. Auch im Bordeaux, finde ich, aufgrund natürlich der Größe des Gebietes. Jetzt hättest du Weine für 20 Euro, die absolut teilweise sehr außergewöhnlich sind. An der Loire finde ich das total spannend. Auch wie wenig eigentlich große Weine, richtig große Weine dann teilweise kosten. Oder eben auch, und das finde ich extrem, im Rohnetal. Also ich finde das Rohnetal teilweise so fast unverschämt günstig. Selbst im einfachen Bereich, aber eben auch, wenn du in die Appellationen reingehst. Wir haben jetzt ein Grand Sermitage, also eigentlich Syrah par excellence. Natürlich muss man sagen, das Gebiet ist ja nicht klein. Ich glaube, 3000 Hektar hat das. Da ist natürlich nicht alles irgendwie Gold, was glänzt. Aber wenn du da die richtige Bodenformation, richtigen Produzenten hast, hast du Weine, die eine ganz, ganz wahnsinnig kühle Ausstrahlung hier mit 12, 8 Volumenprozent, also eine gewisse Furche dabei haben. Und die Struktur und die Textur des Weines finde ich wahnsinnig aussagekräftig. Ja, also wollte ich gerade sagen, also ich finde, der hat eine richtig schöne Kühle. Sehr, sehr elegant auf jeden Fall. Tolle Komplexität, diese schöne Pfeffrigkeit, Würzigkeit, was ich eh sehr, sehr gern mag. Ich finde aber auch, dass er dabei einen sehr, sehr schönen Trinkfluss auf jeden Fall hat. Er sättigt nicht, also er hat eine gewisse Lebendigkeit. Wie findest du die Aromen? Wie würdest du den beschreiben? Ja, er hat ja wirklich so Röstaromen. Holziger was da rum? Also findest du, es kommt vom Holz oder? Nee, eigentlich nicht. Also man hat schon spürbar ein bisschen Holz mit dabei, aber das gefällt mir eigentlich sehr gut, dass es nicht nur vom Holz kommt oder nicht vom Holz, sondern wirklich diese Syrah-Würze ist. Also das mag ich sehr, sehr gern beim Syrah, wenn es nicht zu holzig ist. Ja. Genau, also zu viel neues Holz beim Syrah, das finde ich dann erschlagend eher. Und hier ist jetzt wirklich diese ganz pure Würzigkeit, ganz pure Pfeffrigkeit irgendwo im Glas. Sehr typisches Syrah-Pfeffer ist da, genau. Ja, genau. Also blind auch, finde ich, sofort als Syrah zu identifizieren. Ja, und dann finde ich es einfach super saftig am Gaumen. Du hast eine schöne, erfrischende, belebende, tragende Säure und einen Gerbstoff, der zupackt, aber auch nicht too much ist irgendwo. Ja. Da könntest du mir jetzt schon ein Stückchen Fleisch auf dem Grill legen. Ja. Den kann man, also es ist einer der Weinen, die man, finde ich, interessanterweise auch kühl oder warm trinken kann. Ja. Also kühl heißt vielleicht 12 Grad, warm heißt irgendwie 16, 18 Grad. Finde ich bei dem interessant, weil er sich dann wandelt und weil er sich nochmal ganz anders präsentiert, wo man auch mit dem Glas, wer was vorhin das Thema hat, sehr viel rausholen kann und den Wein steuern kann, ob er eben etwas derber sein sollte und zupackender oder ob er feiner, eleganter, fast burgundischer in seiner Art ist. Und ich finde, das ist eine der Appellationen, die altersfrei sind, also die man sowohl jetzt mit der 21er Cross Hermitage von Delas in der Phase trinken kann, wo er durchaus präsent ist, wo du den Super auch beim Glas ausschenken kannst oder eben die Flasche erleben kannst, aber den in 10, 15 Jahren richtig interessant. Ja. Ja, ich finde, solche Weine gereift, finde ich auch immer sehr, sehr spannend, weil da erwarten einen dann auch immer ganz große Überraschungen, wo man eigentlich gar nicht mehr mit rechnet, gell? Ja. Ja. Gibt es für dich noch ein Leben ohne Wein? Leben ohne Wein könnte ich mir eher schwierig vorstellen, ne? Also, ich meine, es ist ja irgendwo alles zusammen, Beruf, dann ist es ja auch in der Freizeit irgendwo sehr präsent, weil ich meine, man tut ja sein ganzes Leben irgendwie schon irgendwo danach ausrichten, auch im Urlaub oder so, ne? Wo geht man hin? Welche Plätze besucht man so? Mhm. Deswegen, gut, wenn es der Wein nicht wäre, gut, dann könnte man sich was anderes vielleicht suchen in der Form, ob es dann Tee ist oder so, ne? Mhm. Aber ich finde jetzt, Wein ist schon konkurrenzlos in der Form und ich finde, es gehört dann irgendwie, es ist, es ist was anderes, finde ich, ob du mit vier Leuten am Tisch sitzt und isst was und hast kein Wein dabei oder es gibt Wein dazu, es ist einfach anders. Es ist kommunikativer, finde ich. Du redest auch anders. Und das ist noch nicht mal der Alkohol, wenn ich es jetzt, also vielleicht ist es meine Empfindung, aber mit Biervergleich, wenn Bier am Tisch ist und du isst was, ist eine andere, eine andere Rätseligkeit, als wenn du Wein hast. Wein wirkt beschlügelter und leichtfüßiger und, äh... Ja, Wein macht lieb. Genau. Das ist eine, das ist eine schöne Aussage, ja. Auf, auf der Pro-Wein hat sich noch keiner gekloppt. Also ich habe es noch nicht mitbekommen, aber wenn du irgendwo im Bierzelt bist und die Leute trinken Bier, dann irgendwann werden sie aggressiv oder im Stadion oder wie auch immer, ne? Ja. Das hätte ich bei Wein eigentlich noch nie so beobachtet, auch irgendwo mal auf dem Weinfest oder so. Da hast du eigentlich keine aggressiven Leute, sondern Wein verbindet, oder? Und auch über Sprachen hinweg, wenn du in Frankreich bist oder in Italien oder Portugal und die Leute merken, du bist weinaffin, dann kommst du ins Gespräch und unterhältst dich darüber, ne? Das ist, ist schon so. Das ist eine andere auch dann Kompromissbereitschaft bei der Sprache, also wo man dann anders auf einen eingeht und versucht, noch anders mit Gestiken oder mit Umschreibungen den anderen einzuholen und abzuholen. Und ja, wenn, wenn jemand Wein am Tisch stehen hat und am Nebentisch steht Wein, kommt man viel schneller und leichter ins Gespräch als vielleicht bei Biertrinkern oder was auch immer. Ich will jetzt nicht Biertrinker bäschen, aber da sagt man jemand, wenn man sich über dieses Medium einfach austauschen kann und seine eigene Empfindungswelt dann mitteilen kann. Ja, krass, stimmt. Wein macht lieb. Ja. Übrigens, der Großermitage entwickelt sich gerade toll im Glas, muss ich sagen, gell? Hast du ihn gerade aufgemacht gehabt, oder? Ne, ich hatte ihn vorhin schon aufgemacht, aber gerade eben erst ins Glas gegeben. Ja. Und ich finde, im Glas dann ist auch immer natürlich nochmal eine andere Entwicklung, ne? Und jetzt kriegt er so ein bisschen dieses olivige, eher so eine grüne Olive. Und ja, super, ja. Hast du selber noch Ziele und Wünsche? Ja, also klar hat man noch so ein paar Ziele. Wobei ich muss sagen, ich bin eigentlich gerade sehr, sehr happy. Schön. Mit Arbeitgeber, mit Arbeitsplatz, mit Gästen, mit der Insel. Gut, Insel ist immer so ein bisschen Hassliebe, ne? Man liebt sie, aber wenn man dann, sage ich mal, von der Insel runter möchte oder zurück, dann das ist manchmal sehr, sehr anstrengend. Ja, das ist ein Aufwand. Ja. Ja. Aber Ziele, ja doch. Nochmal die ein oder andere berufliche Herausforderung mal in den kommenden Jahren. Darf es schon nochmal geben. Also ich sehe mich jetzt irgendwie noch nicht im Handel. Weil es der Klassiker ja wäre dann, ne? Irgendwann. Ja. Das sehe ich mich jetzt nicht. Also ich sehe mich schon noch an der Front, wenn man das so sagen darf. Ja. Und ja. Mal vielleicht auch nochmal ein Gourmet-Restaurant. Mal gucken. Aber gerade so das Konzept sagt mir sehr gut zu und das passt ganz gut doch. Ich habe in der Tat noch niemanden erlebt, der so viel Wein liebe, so viel Weinbegeisterung und aber trotz allem so viel Bodenständigkeit in sich trägt, der so besonnen mit seiner Umwelt, mit dem Thema Wein aber und vor allem mit seinen Gästen umgeht. Was für ein angenehmes Gespräch. Vielen Dank, lieber Niklas Ertel. Und noch ein ganz großes Dankeschön euch fürs Zuhören, fürs uns Begleiten. Danke auch für die vielen sehr positiven Zuschriften, über die wir uns unfassbar freuen. Fürs Bewerten, fürs Kommentieren, ja, fürs einfach bei uns sein. Und noch ein großes Dankeschön der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern von Siovini, Segnitz, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Dank ihrer wirtschaftlichen und händischen Unterstützung können wir dieses Format realisieren. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche, auf den kommenden Freitag und auf meinen nächsten Gast, der anders als Niklas Ertel einer der alten Hasen dieser Branche ist. Ich freue mich sehr auf Thomas Sommer. Ich bin Marcel Mühlberger von der Freiheit Winothek in Ulm, Weinimporteur, besitze einer Weinbar und vor allem Weindiebhaber. Ob ich was zu Niklas Ertel sagen kann? Ja, das kann ich. Aber wo fängt man da an? Fangen wir zunächst mal an mit ihm als Gastgeber, wo er wirklich einer der besten Gastgeber Deutschlands ist. Ich erinnere mich da noch gerne dran, als ich einmal auf Sylt gelandet bin, nach einer durchgezechten Nacht und so ein bisschen verballert habe, dass ich um 13 Uhr ein Ravenot-Tasting habe. Da sind wir in den Genussshop gekommen und er hat uns erstmal mit selbstgebrautem Spezi aufgerichtet und uns da wirklich motiviert, das durchzuziehen. Oder auch bei Johannes King, dann hinten in dem Garten, hatte ich wirklich wunderschöne Tage bei ihm. Kann man nur großes Kompliment an seine Gastgeberschaft abgeben. Und dann kommen wir zu seinem Weingeschmack. Was ich am Niklas ganz besonders schätze, ist ja, dass er nicht nur ein Laptop-Som ist, sondern auch schon in Weingütern gewirkt hat, sehr offen ist, gerne auch Neues probiert, aber immer kompromisslos zur Qualität steht. Also da kann das Label noch so groß sein, wenn der Wein nicht liefert, dann wird das auch benannt, ohne da irgendwie einen auf Schickimicki zu machen. Das zeichnet für mich den Niklas aus und dafür respektiere ich ihn ganz, ganz arg.